Herzlich Willkommen zu Defnau Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Zschäpitz. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 271, lieber Defnau, und ich kann dir sagen, Podcast wirkt. Alle Hoodies, die wir in der vergangenen Woche hier ausgelobt haben, alle weg. Und zwar schrieb dann unser Shop, in den letzten Tagen wurden uns die restlichen Dudes-Hoodies aus den Händen gerissen. Wir haben fast 400 Bestellungen generiert. Absoluter Rekord. Wahnsinn. Unser Summer Sale ist vorbei. Sommerschlussverkauf bei D und Z. Genau. Und die Schwarzen sind besonders begehrt natürlich, weil da nur weniger gedruckt worden waren. Das ist ein sehr klares Stück. Sammlerstücke. Also demnächst wahrscheinlich bei Ebay schießen die Preise nach oben. So ist es. Und ihr habt es übrigens unter Einkaufswert bekommen. Also diese 1995 war unter Einkaufswert. Was man aber daran sehen kann und was sich auch, wenn hier irgendjemand, ein Werbemensch zuhört, man kann über Podcasts sehr schnell, sehr schön verkaufen. Und ich frage mich jedes Mal, warum wir hier immer noch nahezu werbefrei sind. Es ist nicht so, dass hier ein Mäzen unsere Arbeit übernommen hätte und uns hier kostenlos alles bezahlt. Sondern wir haben durchaus einen Vermarkter. Aber irgendwie, weiß ich nicht, scheint der noch nicht das richtige Mittel gefunden zu haben, um Werbung hier zu präsentieren. Gut. Tja. Ja. Jeden Tag. Aber der Beweis ist erbracht. Der Beweis ist erbracht, genau. Und die Dutzhörer sind eine Kauffreude auch in Seiten der Rezession und des darbenden Konsumklimas von Inflation. Das war ja anti, das war ja deflationär. Der Hoodie war ja 50 Prozent off. Ja, das war ja Preisverfall. Im Preisverfall. Und du hast noch den neuen Inflationsdaten dann wahrscheinlich sofort bemerkbar machen. Ja, das ist wie das 49-Euro-Ticket. Beziehungsweise das im vergangenen Jahr, das 9-Euro-Ticket, das sah man ja auch. Das war ja wieder getrieben dann. Hat das ja gezeigt, wie das runtergeht, der Preis. Beziehungsweise dann wieder hoch jetzt im letzten Monat, weil ja der Vergleichsbasiswert des 9-Euro-Tickets des letzten Jahres ist und jetzt 49 Euro. Vorm Monat war 49 Euro im regulären Preis. Also das ist sehr viele statistische Effekte. Mal gucken, wie sich dann unser Hoodie-Verkauf auswirkt. Stimmt, Ende Juli wissen wir das dann, ob dann die Inflationsrate weitergefallen ist. Das ist die Generation Dutz, ja. Stimmt. Das ist die Generation ETF, die im Übrigen, auch da gab es einen Generationswechsel bei den Weltfernseh-Volontagungen. Volontären gab es jetzt wieder zwei aus dem neuen Jahrgang, die bei uns angefangen haben. Und den einen habe ich an der Kaffeemaschine getroffen. Er sagte, ich kenne dich, ich kenne auch deinen Spitznamen. King of Techno-Schrug. Er hat sich sofort geoutet. Er hat sich geoutet als Defna und Schäpitz-Hörer. Der erste Volontär, der unseren Podcast gehört hat. Und der erste Volontär, dem ich nicht mal die drei Zauberbuchstaben ETF erklären muss. Weil ich habe ja bisher wirklich jahrzehntelang bin ich mit unseren Volontären, also den Auszubildenden, die den Beruf des Fernsehredakteurs anstreben. Und hier dann unter anderem eben an der Achse Springer bzw. Achse Tech. Wie heißt unsere Akademie? Free Tech Academy. Free Tech. Wie Empower Free Decisions. Ja, Free. Free, alles Free. Free Willi und Free Tech. Die ja da quasi ihrer Grundausbildung, um es mal so zu sagen, dann in den jeweiligen Redaktionen, in dem Fall jetzt die Fernsehredakteure sind bei uns. Und die erste Generation zumindest 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent, die Kollegin Theresa, die kriegen wir natürlich auch noch zum ETF-Sparplan. Das ist gut. Und bisher mussten ich immer alle quasi auf einer Kaffeefahrt an die Börse in Frankfurt bekehren. Dann Leute, macht einen ETF-Sparplan. Und beim letzten Mal hatte ich ja auch 100 Prozent Trefferquote innerhalb von zwei Wochen. Echt? Das so? Der Verkauf. Der Defner wirkt. Der Defner wirkt. Ja. Also wer immer noch keinen ETF-Sparplan hat und hier zuhört, sollte dringend einen machen. Zumal es ist wirklich... Basisanlage, wir sagen es immer wieder. Weil dann der Kollege Tim sagt ja dann auch gleich, ja, ich habe einen ETF-Sparplan, Vorbildchen und so weiter, aber auf Jumia bin ich nicht reingefallen. Und ich habe gesagt, Moment mal, um eins klarzustellen. Oh, auf deine Empfehlung Jumia. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, um eins klarzustellen. Also Empfehlungen machen wir hier überhaupt keine. Außer den ETF-Sparplan. Da würde ich sogar von Empfehlungen sprechen. Da können wir mal von Empfehlungen sprechen. Aber auch das immer auf eigenes Risiko. Natürlich sind es Aktieninvestments, die auch schwanken. Aber das können wir guten Herzens empfehlen. Und wer die Empfehlung nochmal nachvollziehen möchte, wie unsere letzte Standardfolge zu dem Thema, war die 244. Das rate ich dir. Da haben wir ja alles Grundlegende nochmal zu ETF-Anlagen, also breit gestreut in Aktien weltweit über ETFs erzählt. Wer sich da nochmal schlau machen möchte und noch nicht dabei ist bei den ETF-Jüngern. Und wie gesagt, alles andere, was wir hier thematisieren, Einzelaktien, das sind einmal wirklich Ideen. Und da sagen wir immer, muss man selber checken und selber nachvollziehen. Und auf keinen Fall Empfehlungen und immer auf eigenes Risiko. Und grundsätzlich liegt man mit Einzelaktien in der Regel dann immer schlechter als der Markt insgesamt. Das haben wir auch schon oft erzählt. Das ist auch hochbezahlte Vormänager nicht schaffen, den Markt zu schlagen. Warum sollten wir das kleine Anleger tun, aber wir sprechen trotzdem drüber, weil es einfach auch sehr viel Spaß macht und einen doch auch immer wieder nochmal wirtschaftlich noch mehr erzieht und denken lässt und nachvollziehen lässt und so weiter. Die Einzelaktien. Die Einzelaktien. Und man ist so ein bisschen auch kleiner Unternehmer, wenn man so irgendwie hier und da investiert ist in so ein kleines Unternehmen. Genau. Das so zur Philosophie auch nochmal. Das hast du sehr schön. Und ich würde einfach nochmal jetzt hier drei WKNs deklamieren, damit keiner eine Ausrede haben kann. Welcher kann ich, welcher? Dieses Semester habe ich ja auch wieder einen Unikurs an der FU und genau die gleiche Sache sage ich, ey Leute, ihr könnt mit. Erstmal geht es, ich habe kein Geld, ich fange erst an, wenn ich was verdiene. Dann sage ich, wenn du anfängst, was zu verdienen, das muss sofort losgehen. Und dann sagt er, kein Geld, dann sage ich, 25 Euro, das wird funktionieren. Na gut, aber zu viele ETFs. So, damit es auch diese Ausrede nicht gibt, würde ich einfach sagen, wenn man die ganze Welt haben will, sowohl Industrieländer als auch Schwellenländer, dann kann man entweder den Vanguard FUZI All World nehmen, A2P KXG oder den iShares MSCI ACWI A1J MDF. MDF, das ist nicht so eine Platte, MDF-Platten. Und wenn man nur die Industrie… Das war ja MDF. Achso, stimmt. Okay, oh, die hast du jetzt irgendwas anderes kaufen. MDW und… Und dann haben wir noch, wenn man nur den Sparplan mit Industriestaaten haben will, könnte man beispielsweise den iShares Core MSCI World nehmen, A0RPWH oder meinetwegen auch den Luxor Core MSCI World, LYX0YD. So, jetzt habt ihr das und dann kann man einfach daraus einen wirklich kostenlosen Sparplan bei irgendeinem Broker finden auf Basis dieser ETFs, die ich hier genannt habe. Weil das sind meistens auch welche, die als spezielles Angebot verfügbar sind und dann soll das funktionieren. Jetzt haben wir dieses bekehrt… Sehr, sehr gut. Ja. Dann haben wir nochmal hier Menschen hoffentlich in die Sommerpause entlassen, dass sie das noch gemacht haben. Also das macht man noch vor dem Sommerurlaub, damit ihr es gleich wisst. Gerne. Nicht auf die lange Bank schieben, weil sonst gibt es immer wieder eine neue Ausrede. Sofort Konto eröffnen, Depot eröffnen und dann wenige Tage später ist man handlungsfähig im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr gut. Und wir hatten die letzte Woche ganz viele Bücher, da wollten eigentlich viele nochmal eine Liste haben. Hast du noch die Liste mit deinen Büchern? Weißt du noch, was es war? Ich kann es nochmal sagen. Ja, bitte. Obwohl, nee, kann ich die jetzt auswendig. Ich weiß es nicht. Peter Lynch war mit dabei, mit der Börse einen Schritt voraus, glaube ich. Dann hatte ich die Biografie von Steve Jobs, die autorisierte Biografie. Walter Isaacson ist der Autor. So, dann hatte ich ein ETF-Buch, das neu erschienen ist. Da müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen. Du kannst ja mal deine nochmal erzählen. Ja. Gut, ich würde jetzt noch eins dazu nennen, was mir noch… Was wird dazu jetzt wieder? Ja, weil ich ja am Wochenende war, Erik Potts so weit da. Und er hat noch eine kluge Biografie dazu. Biografien sind ja wirklich immer clever, weil man da so viel draus lernen kann. Und er hatte die Biografie von Charles Schwab. Und die heißt, damit ihr es auch wisst, Invested. Investiert. Das könnt ihr auch über euer Leben schreiben, wenn ihr jetzt einen ETF-Sparplan habt. Dann seid ihr mit dabei. Invested. Und dann kann man die auch so eine Biografie… Und ich habe noch ein cooles Hörbuch jetzt gehört. Da geht es um Debatten zwischen Welten von Juli C. Da gibt es so einen Austausch zwischen einem Fülltonisten aus Hamburg und einer Frau, die in Brandenburg Bäuerin geworden ist und in einer ehemaligen LPG jetzt vorsteht und die so ein bisschen die gesellschaftlichen Debatten in Briefform machen. Und das kann man als Hörbuch, das ist wirklich gut. So, dann hatte ich noch More from Less, ist der Originaltitel von Andrew McAfee. Das war dieses politische Buch. More, weniger… Ich glaube, der deutsche Titel war, den habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben. Weniger aus… Nein, mehr aus weniger. Das wäre eine Übersetzung. Und so. Das ETF-Buch hast du noch. Das ETF-Buch habe ich jetzt nicht gefunden. Okay, das tragen wir noch. Also bis zum Senderschluss, aber da kriegen wir das auch noch hin, dass es Sinan Krieger war, das glaube ich. Ah ja, genau. Den Namen kann ich mich noch erinnern. Das ist so, hier ist auch gerade noch raus. Ich habe hier verschiedene… Ich war jetzt darauf, auf diese Fragen… Ja, das war eine Frage, die jemand schrieb, so, oh, könnt ihr noch mal sagen, weil ich habe es überhört. Ja, also, Sinan Krieger, in der Tat. Und das Buch heißt ganz einfach… Moment. Ach, lange angekündigt. Sag mal, bis man hier mit Dokumenten öffnet… Und ein Buch, was wir hier auch schon empfohlen hatten, ist jetzt… Also, Sinan Krieger, die besten ETF-Strategien der Welt, wie sie das Maximum aus Indexfonds herausholen. Das ist ja ganz neu auf den Markt gekommen, Ende Juni. Und ein Buch, was wir hier auch erwähnt haben, ist sogar auf Platz zwei der besten Liste bei den Paperback-Büchern eingestiegen. Direkt noch vor dieses Buch zu den Wechseljahren der Frau. Woman on Fire. Das war Platz drei und Platz zwei ist jetzt ohne Aktien, wird es schwer. Und Platz eins war das Kind in dir. Irgendwie sowas. Da geht es um das innere Kind, dass da jeder mit sich rumträgt und damit es nicht so quengelt. Kannst du wohl Strategien… Wenn du das Buch gelesen hast, kriegst du da ein quengelndes Kind, was in dir immer mal quengelt. Das wäre da mal ein Buch für einen Schäpp jetzt, oder? Ganz genau. Und das innere Kind kommt immer wieder raus und quengelt. Und je nachdem, wie deine Erziehung stattgefunden hat, quengelt es lauter oder weniger laut. Und dann kann man das mit so einem Buch heilen. Oder kannst du mir das ruhig stellen. Ich war auch schon mal auf so einem Management-Seminar. Mit dem inneren Kind? Nein, da wurde auch mit verschiedenen Kindern dann man assoziiert, welcher Typ man ist. Okay. Ich war auch so ein bisschen ein freies Kind. Du warst das freie Kind? Bisschen, ja. Aber ein bisschen… Und dann muss das freie Kind immer wieder, ach, an sein Erwachsenen-Ich appelliert werden und so. Und dann kann man immer… Du musst das freie Kind und dann dieses trotzige Kind und das freie Kind. Und du musst immer versuchen, dann diese Kinder in das Erwachsenen-Ich zu bringen. Und wie so war das? Das hast du bezahlt, oder war das eine Fortbildung? Nein, das hat der Sender bezahlt. Ach so eine Fortbildung. Ich habe mal eine Fortbildung gemacht, da musste ich ein Pferd rückwärts gehen lassen. Ein echtes Pferd? Ein echtes Pferd. Das war auch so ein Management-Kram. Und also, was ich geschafft habe, so ein Pferd um mich drumherum laufen zu lassen, weil da muss man nur ein bisschen Stimmung machen. Aber wenn du ein Pferd rückwärts kriegen willst, dann musst du dem Pferd eindeutig signalisieren, Alter, jetzt geht es hier rückwärts. Und du darfst nicht so wie der Chapin auf das Pferd einquatschen, weil das Pferd denkt sich so, Alter, nee, rückwärts laufe ich nicht. Ich laufe nur rückwärts, wenn du das richtig vormachst. Und ich habe es wirklich nicht geschafft, das Pferd rückwärts zu bekommen. Und da wusste ich, ich werde nie ein Spitzenmanager. Ich kann immer die Leute domtieren, also das Pferd um mich drumherum, das funktionierte gut, so zack, 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 ey, Alter, renn, 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 renn. Das hat funktioniert. Aber wenn ich ein störrisches Pferd nach hinten, das hat nicht funktioniert. Tja. Was das aussagt, ich weiß es nicht. Da muss man auf jeden Fall, da gab es welche, die haben einfach so dem Pferd gesagt, so rückwärts, also ohne viel Ansage. Und da merkte ich auch, die beste Erziehung geht manchmal, oder wenn man jemandem was vormachen will, ohne viel reden, einfach nur mit machen. Ja, oder mit mentaler Stärke. Also Pferde sind ja sehr sensibel. Ich bin ja auch kein Reiter, aber ich bin einmal so in Brasilien, da waren wir auch so im Naturcamp unterwegs, haben einen kleinen Reitausflug gemacht und so, ich habe mich da drauf gesetzt, sofort war ich mit dem Pferd eins. Das ist gut. Mit so einem Hut auf? Hat es auch einen Hut auf? Ja, sehr gut. Es gab ja auch andere, mit denen ist einfach der Gaul durchgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und weil das Pferd spürt, wenn du Angst hast, wenn du unsicher bist und so weiter. Und ansonsten, wenn du dich da einfach selbstbewusst raussetzt. So, eine, ich will jetzt hier nicht, der Pferdeflüsterer. Das ist der Pferdeflüsterer. Aber ich glaube, das ist oft mit Tieren und so weiter. Hunde sind da auch. Wenn du irgendwie ängstlich vor so einem Hund steht und der kommt an und bellt, das ist immer schlecht. Wenn du da einfach stehen bleibst und sagst, Alter, ist mir das egal, wenn du mich anbellst, ist das immer besser. So, genug Küchenpsychologie hier. Defender und Champions, Küchenpsychologie von Welt. Pferde, Anbäcker, ja, genau. Das ist sehr gut. Ach ja. Ja, gut. Genau, Generation ETF, die hatten wir. Ja, wir könnten auch gleich zu Bullen und Tieren kommen. Habe ich den Shoutout für Tim gemacht? Aber Tim gesagt eigentlich den Namen, ja? Ja. Wir müssen auch nicht lange drum rum quatschen. Nee, heute können wir auch einfach mal. Wir haben ja auch viel zu diskutieren, dass wir wieder überziehen hier. Nee, das wollen wir nicht. Heute wollen wir nicht überziehen. Heute wollen wir einfach mal hier pünktlich den Sack zumachen. Ja, da fange ich quasi an. Ja, musst du auch. Mit Bulle oder Bär? Mit Bulle oder Bär. Fange ich mit Bär an, ja. Also, wir müssen uns hier mal ein bisschen erst mal aufzuregen. Ja, auf Betriebstemperaturen zu kommen. Das ist gut, das ist gut. Mein Bär der Woche geht an Andi Scheuer, den größten aller Verkehrsminister, den wir in Deutschland... Der größte? Der größte. Der größte. Der größte Steuerverschwinder unter den Verkehrsministern. Denn diese Woche gab es ja, nicht diese Woche, die letzte Woche war das schon, die Rechnung. 243 Millionen Euro kostet dem Bund jetzt die gescheiterte Pkw-Maut, die eben Andi Scheuer zu verantworten hat. Seit 2019 ist dieses Infrastrukturprojekt ja gescheitert. Und Vertragspartner waren ja CTS Eventim und Kapsch Traffic.com AG, zwei AGs, ja. CTS, glaube ich, ist danach erst mal abgefallen, weil ursprünglich war ja auch die anvisierte Summe deutlich höher. In diesem Streit ursprünglich hatten Eventim und Kapsch 560 Millionen Euro Schadenersatz gefordert. Mit 243 kann man jetzt also sagen, der Bund kommt noch relativ günstig raus. Aber sie haben halt dann eben sich doch eingelassen auf quasi einen Vergleich und wollten eben diesen Rechtsstreit nicht ewig in die Länge ziehen. Und weil es da auch andere Beispiele gab, dass man da auch dann ewig lang rumprozessieren kann und dann letztendlich nur Anwaltskosten verbrennt. Und auf jeden Fall war es dann am Ende ein unrühmliches Ende dieser Pkw-Maut, die ja die CSU zu einem großen Wahlkampfschlag gemacht hatte. 2013 im Bundestagswahlkampf und es fing an mit dem Verkehrsminister Alexander Dobrindt und später dann eben Andreas Scheuer. Die wollten diese Pkw-Maut auf allen Fernstraßen durchsetzen und dann Ende 2018 hatte Scheuer dann mit den Unternehmen hier vertraglich vereinbart, ein System bis 2020 aufzubauen für zwölf Jahren und 2,1 Milliarden Euro sollte die Projektgesellschaft dafür erhalten. Und das Ganze wollte man ja dann vor allem mit Ausländen, das war ja die populistische Geschichte, man wollte endlich mal die Ausländer. Gerechtigkeit. Jeder, der im Urlaub im Sommer wegfährt. Die Holländer, die immer durch Deutschland fahren. Nicht nur die, du fährst durch Italien und musst an jedem Häuschen zahlen. Was ist denn das oder Frankreich? Genau, das war so ein bisschen diese Idee. Aber das Ganze wurde ja von Österreich und die Niederlande haben vor dem EuGH dagegen geklagt und haben 2019 dann Recht bekommen. Und das Problem war, dass Herr Scheuer aber vorher schon Verträge unterschrieben hatte, noch bevor eben das überhaupt rechtskräftig werden konnte, dieser Plan. Und wohl wissend, dass eben dieses EuGH-Urteil anstieg, weil er sehr überzeugt war, dass das Gericht zugunsten der deutschen Mautpläne entscheiden werde. Und deswegen wollte er den Vertrag so schnell wie möglich. Und da haben sich die Unternehmen dann auch in den Prozess erinnert. Und die Unternehmen haben gesagt, mach doch mal langsam und warten wir doch. Die haben ja wirklich aktiv angeboten im Scheuer, lass uns nochmal warten, bis wir diesen Vertrag abschließen. Es steht ja dieses EuGH-Urteil an. Aber nein, Scheuer wollte das wirklich über den Zaun brechen. Und dazu gab es dann bei uns bei Welt TV der Staatsrechtler Prof. Böhme-Nessler im Studio. Und da ging es jetzt auch um die Frage, kann man denn eventuell den Scheuer dann regresspflichtig machen? Und der Böhme-Nessler hat gesagt, das ist wirklich krass, also das Versagen von Scheuer liegt vor allem darin, dass er grob fahrlässig gehandelt hat, weil eben er nicht auf die Vertragspartner gehört hat und abgewartet hat, wo wir wissen, dass es in Urteile ansteht, sondern es eben vorher übers Bein brechen wollte, übers Knie brechen wollte. Und eben das wäre das grob fahrlässige an diesem Aspekt. Und normalerweise würde da auch eine Art Regresspflicht geben. Aber es gibt dafür eben keine gesetzliche Grundlage, dass Politiker, Spitzenpolitiker, regresspflichtig genommen werden, selbst wenn sie grob fahrlässig handeln. Und bei Beamten oder sowas gäbe es das. Bei Spitzenmanagern gäbe es sowas auch. Da gibt es ja auch schon immer wieder Beispielen. Vorstand ist wirklich für die Entscheidung, dass sie dann auch zur Kasse gebeten werden. Aber in der Politik gibt es sowas nicht. Und da muss man sich, finde ich, schon fragen, warum es sowas nicht gibt. Und dass man da schon auch bei solch grob fahrlässigen Entscheidungen dann zumindest irgendwie auch Politiker beteiligen sollte. Sicherlich nicht, dass sie jetzt den ganzen Schaden dann quasi haftbar sind. Aber bei wirklich grob fahrlässigen Entscheidungen wieder quasi alle Warnungen, finde ich, müsste da einfach auch eine Möglichkeit da sein, das Ebene des Geldessteuerzahls nicht wirklich quasi schon fast, da muss man schon fast von Untreue sprechen. Auch vielleicht nicht im juristischen Sinne, aber das ist schon ein, wie gesagt, grob fahrlässig hat es der Verfassungsrechtler genannt. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Begriff dafür. Und deswegen, an die Scheuer, man muss immer noch mal dran erinnern, an die großen Verdienste. Und wie gesagt, ausgehend von der populistischen Politik, die man da unbedingt dann so schnell wie möglich durchsetzen wollte. Schön. Ach, auch ein Bayer wie du. Anni, du bist ein Franke. Nein, nein, Anni Scheuer ist ja, genau, ist ein Bayer. Okay, dann ist es nicht dein Landsmann. Gut, das ist aber, ja, hat er aber verdient, wirklich. Andi Scheuer, der war ja auch der, der irgendwie am eitelsten das Ding geführt hat, hat dann immer so Werbeplakate auch aufgehängt mit sich und so, der Andi macht's oder irgendwas. Also ich fand das wirklich, ja, gut. Dann komme ich zu meinem, was soll ich, Bulle oder Bär machen? Ich mache meinen Bär der Woche auch zuerst. Erst wollte ich ja eigentlich die Möhre, weil die Gurke ist ja wieder billiger geworden, auch im Juni ist die Gurke billiger geworden, nochmal gegenüber dem Vormonat. Was kostet jetzt? Im Schnitt jetzt. Im Schnitt weit unter 50 Cent. Also du siehst, aber weißt du was, auf Rekordhoch immer noch notiert, die Möhre. Echt? Die Möhre. Die Möhre. Alter, die Möhre, die Möhre so teuer wie noch nie. Und da habe ich die Gefahr, was ist denn da los? Und es liegt, angeblich ist es der Hitze, sag mal 2022. Also die Möhren nämlich nicht richtig gewachsen und dann hast du weniger im Lager. Und wenn du weniger im Lager hast und die Leute gerufen Möhren, dann ist es auch besser. Ich habe dann gesagt, die Möhre. Aber die Lager, die liegen jetzt nicht ein Jahr da rum. Du meinst, Möhrendosen, Konserven. Nein, die Möhre dient frische Möhre. Wir gehen mal in den Laden und holen mal Möhre. Möhre ist wahnsinnig teuer. Die ist so teuer wie noch nie in Deutschland. Ja, aber das ist wie 2022. Ja, der Hitze ist auch mal 2022. Das sind Möhrenfelder vertrocknet quasi. Genau. Und dann hast du weniger im Lager. Und wenn du weniger im Lager hast, dann geht der Preis sofort durch. Und dann hast du wo angeblich noch irgendwo in Spanien irgendwas gehabt. Und jetzt ist halt die Möhre auf Rekord. Aber ich habe mir gerne gedacht, nachdem ich heute Morgen das Thema in der Konferenz vorgeschlagen habe, alle haben gegähnt mit meiner Möhre. Nur einer hat gesagt, habe ich mir einen anderen Bären überlegt. Und zwar hatten wir am Wochenende bei uns, bei Alles auf Aktien, auch Erik Pott soweit. Und der hat ja auch so ein bisschen erzählt, diese neue EU-Regelung, wo es darum geht, den Kleiner Lager zu schützen. Man schützt ihn am Ende vor sich selbst oder bevormundet ihn oder ich würde mal das Infantilisierung nennen. Und es kann passieren, dass auch der Sparplan nämlich irgendwann nicht mehr umsonst ist. Und dass für viele, die jetzt einen Sparplan haben, das nicht mehr umsonst ist. Und dann habe ich mir überlegt, beziehungsweise der Eckart hat das heute Morgen in der Konferenz vorgeschlagen, guckt doch mal den Sparplan uns an, was da für eine Macht in diesen Sparplänen drin ist. Und vor allen Dingen mal im Vergleich zu anderen Altersvorsorgeanlagen, was da wirklich für Summen auch gespart werden und wie gut das Deutschland tut, dass es diese Sparpläne gibt. Und dann gibt es ja eine Umfrage immer von Extra-ETF. Jeden Monat haben die die Zahl der Sparpläne. Und leider sind da die nicht von Scalable und Trade Republic drin. Von Scalable, die hat dir der Erik hier am Wochenende erzählt. Deswegen habe ich die dazu gepackt. Und dann haben wir ungefähr in Deutschland, haben wir derzeit, wenn man die Umfrage unter 15 Online-Brokern, da hast du beispielsweise drunter Comdirect oder Consors oder DKB oder Ebays oder Finvesto oder Finanzennet Zero oder Flat Tax oder Genobroker, ING, Max Blue und Vistabank, Postbank, S-Broker, Smart Broker. Dann habe ich jetzt noch Scalable dazu gemacht, weil die nicht da mit dabei waren. Dann hat man ungefähr in Deutschland 5 Millionen Sparpläne. Also ETF-Sparpläne. 5 Millionen. Und die durchschnittliche Sparrate ist ja beim Erik, hat er erzählt, 150. Die bei den anderen Brokern ist 168. Und wenn man das jetzt zusammen verblendet, ich habe ja dann einen Durchschnitt ausgezeichnet, hat man einen Sparplan von 164 Euro. Und jetzt habe ich einfach mal Live-Daten genommen und habe einfach mal diese 164 Euro Monat für Monat in ein MSCI-Welt angelegt. Einfach ganz normal. Und habe einfach die Daten 40 Jahre zurückgenommen. Einfach mal überlegt, hey, wir machen das mal 40 Jahre. Und weißt du, wo man rauskommt? Wenn man das tut, ich muss mal hier die Excel-Tabelle aufmachen, man kommt raus bei über einer halben Million 500. Warte, wo habe ich hier? Ich muss mal die Zahl aufmachen. Sparplan sägen. So. Also du hast jetzt, wenn du das anguckst dir, hast du, also wenn du jeden Monat, Monat für Monat 40, 40 Jahre lang diese 164 Euro einzahlst, kommst du am Ende raus bei, das ist jetzt leider ohne Steuern, bei 529.000 Euro. So, das hat dann jeder, der diesen Sparplan hat. Und jetzt sagen wir, wir haben jetzt ja 5 Millionen Sparpläne und wenn du das nochmal, also mal 5, musst du es ja machen, mal 5 Millionen, dann hast du Altersvorsorgegeld von 2,6 Billionen Euro. Krass. Und du siehst, und das ist viel mehr als jede fuckig geförderte, für Riesda irgendwas, Rente, ich weiß es nicht. Also ehrlich, wenn man das jetzt steuerfrei stellen würde, diese Sparpläne, hätte man halt diese 529.000, wenn man das nicht steuerfrei stellt, dann muss man natürlich noch ein paar Steuern abziehen. Aber man sieht mal, welche Kraft in diesen Sparplänen steckt, wenn man die Leute nur selbst machen lässt und ihnen kostengünstig die Möglichkeit gibt, das anzulegen. Und das sind jetzt nur diese Sparpläne von diesen 15 Brokern pro Scalable und Trade Republic hat leider, ich habe auch den Christian angeschrieben, also Christian, kannst du mir deine Daten nennen? Nee, hat er sich nicht gemeldet. Da gibt es ja auch nochmal Sparpläne dazu. Und wir überlegen, was da alleine für eine private Initiative entstanden ist, durch diese ETF-Sparpläne, auch unseretwegen wahrscheinlich. Natürlich. Das ist auch dein Verdienst, lieber der Fertig. Naja, aber wir haben ja eben wirklich einzelne Menschen bekehrt. Einzelne Menschen, genau. Ja, missioniert wirklich im Einzelgespräch. Ja, sie sind uns nicht entkommen. Da sind schon ein paar dabei, die hätten sonst keinen. Das kann ich dir sagen. Ganz genau so ist es. Aber auch vor allem die Dutz-Hörer. Und wir wissen ja immer von Zuschriften, wie viele uns schreiben, wie auch die Dutz-Hörer ja missionarisch unterwegs sind und sagen, sie wollen wirklich ihre Freunde und Verwandten, manchmal sogar die älteren Generationen. Aber die Wirksamkeit ist natürlich bei jüngeren Leuten viel, viel größer. Ja, weil wir sind 40 Jahre alt. Ich kann jetzt mal gucken, ich gucke jetzt mal zurück, wenn wir es nur 30 Jahre gemacht hätten, was dann übrig gewesen wäre. Dann kann man mal gucken. 30 Jahre wären wir dann 2013. So, dann sage ich mal, was da rausgekommen wäre, wenn man es nur 10 Jahre weniger macht. Und dann sieht man nämlich, wie der Zinseszinseffekt nach hinten besonders stark ist. Also in 10 Jahren hätte man nur geschafft, da wäre man gerade mal bei 207.000. Und das sind alles Live-Daten. Also es wäre dann das Ding von 1983 bis 2013, jeden Monat diese Sparrate. Und das sind wirklich die Daten, die der MSCI-Welt auch mit Netto-Dividende gemacht hätte. Da hätte man nur 207.000. Wenn man es nur 10 Jahre länger hat, hat man halt diese 529. Also ihr seht, gerade bei langen Sparprozessen, die letzten, also gerade zwischen dem 25. Jahr geht das dann so richtig, da gibt es das Schneeball so richtig groß und rollt so richtig los. Deswegen sollte man auch früh anfangen und früh das machen. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, die Leute machen es nur 30 Jahre, selbst diese 200 irgendwas tausen, selbst das wäre ein Riesenbatzen und selbst das wäre ja nochmal eine Billion an Altersvorsorge-Geld. Und deswegen kann ich nur sagen, liebe Politik, macht alles in dieser Welt, dass nicht jemand jetzt keinen Bock mehr hat, einen Sparplan zu machen, weil irgendwie jemand kommt und sagt, ein Sparplan, das kostet jetzt aber, oder weiß ich nicht was. Deswegen ist es so wichtig, dass diese Anlagekultur mit ETF-Sparplänen weiter bestehen kann und Leute das machen können. Und deswegen ist alles, was dagegen ist, so alle Initiativen, die versuchen, den Menschen vor sich selbst zu schützen, damit aber nur Schaden anrichten und möglicherweise den ETF-Sparplan gerade für Einsteiger irgendwie beschneiden, weil Leute, die jetzt vielleicht nicht mit 164 gleich anfangen, vielleicht fangen sie wirklich mit 25 an und wenn du dann halt irgendwie einen Euro Gebühren zahlen musst, dann lohnt sich das für dich nicht mehr so, weil gerade kleinere Raten sind halt wirklich, es ist halt benachteiligt, wenn du dann eine Gebühr zahlen musst. Und deswegen ist mein Bär der Woche, alle Initiativen, die jetzt gegen diesen selbst entscheidenden Kleinerleger gehen, die ihm den Sparplan verleiden, weil der Sparplan ist eigentlich das Instrument, was diese Altersarmut am ehesten verhindert und am kräftigsten auch verhindert, wenn man sich das anschaut. Ja. Und da ist wirklich sehr interessant, eure Alles-auf-Aktien-Folge, auch dieser ganze Lobbyismus, der großen Player, europäische Börsen, die da ihre Interessen durchboxen und das ist schon wirklich krass zu hören gewesen. Das ist eine längere Folge, aber wer da ein bisschen die Hintergründe haben will, der sei sehr empfohlen, nochmal die Alles-auf-Aktien-Folge vom letzten Samstag sich anzuhören. Und ich finde es halt auch krass, ich meine, wir haben ja auch oft schon hier über Verbote und Regulierung und so weiter gesprochen und man kann immer über alles sprechen, aber in dem Fall, es ist ja wirklich, wovor muss jetzt da der Anlieger geschützt werden, frage ich mich. Es ist ja zum Wohle der Gesellschaft auch, wenn wir das fördern, dass eben Altersvorsorge betrieben wird und dass weniger Leute in Altersarmut sind am Ende des Tages und deswegen muss man doch alles tun, es zu fördern und nicht den Leuten Steine in den Weg zu legen. Das ist ja was anderes, ob man jetzt über, keine Ahnung, Rauchen im Auto debattiert oder was auch immer. Aber ich will jetzt, um Gottes willen, diese Debatte nicht aufmachen. Nein, aber es ist letztendlich, ja, aber Freiheit und Selbstbestimmung ist ganz, ganz wichtig und aber nur, wo andere geschädigt werden und muss heute der Staat vielleicht irgendwie mal eingreifen, aber nicht, wo man maximal vielleicht mal selber eine Fehlentscheidung trifft. Und ich meine, der Erik hat ja schön erzählt, hier das Beispiel Eheschließung. Da gibt es keine Risikopartikel, Belehrung vorher. Genau, da gibt es keine Ehe. Und da ist ja wie viel... Da ist, die Risiken sind viel, sowohl für das Ausbruch und für das Vermögen, wie alle anderen Ausbruch und auch, oder Kinder kriegen, ja, und so weiter. Ich will ja, Gott sei Dank, keine Anregungen hier an den Staat, dass er auch noch einmischen sollt. Unterschreibt da. Jede, weiß ich, 40 Prozent der geschlossenen Ehen werden wieder geschieden, so als Risikobelehrung, so wie bei der CFD-Handel. 70 Prozent der Menschen machen Verluste. Beim Standesamt kommen dann erst nochmal diese Dinge. Risikobelehrung, wissen Sie, was sie tun. Das sind sich bewusst, ja. Oh, da wird man auch nochmal gefragt. Das stimmt schon. Also da wird schon nochmal, wird schon nochmal gefragt, ob man aus freien Stücken jetzt da sitzt. Das schon, gefragt wirst du schon, aber nicht nochmal so diese ganzen Negativbeispiele oder was auch immer so. Du kriegst keine Schockbilder zu Gesicht, wo sich die Leute im Rosenkrieg streiten. Dieses Jepaar. Ja, schau mal. Ja, ach, wunderbar. Ja. Und wir waren alle ohne, wir hatten alle keinen Ehevertrag, sowohl der Erik, als auch der Sommerfeld und ich. Sie sind alles Idealisten. Ich habe auch keinen. Du hast auch keine Ehe, oder? Es ist wunderbar, oder? Dieses Risiko macht man sich bewusst und trotzdem, bei mir ist es auch so, da hat die Frau mehr zu verdienen als ich, aber trotzdem macht man das nicht. Ja, ich meine, es gibt auch Gründe, wo man es machen kann, aber ich finde auch, es ist wirklich auch eine faire Regelung, die wir in Deutschland haben. Genau. Andereseits in der UK. Die Mannschaft, die man dann quasi, es ist ja immer, letztendlich schließt man ja einen Vertrag in den vordefinierten, aber das ist eine faire Sache, weil ich meine, wenn du dann alles ausschließt, dann brauchst du auch gar nicht mehr heiraten. Stimmt. Zu dem Thema kommen wir ja später auch noch. Ja. Wir diskutieren ja immer über das Ältergeld heute nochmal, ja, zweite Runde, ja. Da gibt es gewisse Interessensprobleme. Ja, gut, aber vielleicht machen wir es nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern grundsätzlich. Aber es gibt eine Umfrage, es gab ja eine Umfrage auch von C-Way vergangene Woche. Lass es uns doch dann gleich machen. Und da kam halt raus, dass 70 Prozent der Leute gegen die, aber das stimmt natürlich nicht, es sind nur 53 Prozent, die für Abschaffung sind und dann aber, wenn du es mal runterbrichst, sind halt die Leute, die selbst schon Kinder gehabt haben, das sind halt die, die sagen, ach komm man doch auch, braucht man nicht mehr. Das ist doch das eigene Geld, ist einem dann näher als, ja. Ja gut, aber von daher ist es ja umso bemerkenswerter, weil es heißt ja immer, aber lass es uns doch am Block diskutieren, bevor wir das wieder so auseinanderreißen. Ich habe auch noch einen Bullen der Woche. Hast du? Habe ich. Oh, bitte, hör damit. Eine Aktie, die mir neulich wieder, in der Wirtschaftswoche am 35.06. ins Auge, die ich mir dann mal zur Seite gelegt habe und die, wo ich dachte, Mensch, ja, die muss man sich wirklich wieder anschauen und die ist wirklich billig geworden. Hatte ich auch immer wieder lange Zeit im Portfolio und es ist die Aktie von Baby Biotech, die kriegt mein Bullen der Woche. Auch mal wieder. Auch mal wieder. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal als Bulle der Woche hatte. Das hast du schon mal erwähnt, dass du sie hast. Ich hatte sie schon öfters mal erwähnt, ja. Du hast sie öfter erwähnt. Weil ich finde die immer nach wie vor noch als eine wirklich gute Möglichkeit, um quasi im Biotech-Sektor breit diversifiziert zu investieren. Und im Prinzip ist es ja eine Beteiligungsgesellschaft, die eben im Biotech-Sektor investiert und das so sehr, ja. Ich gucke mir die gerade an. Du guckst sie dir gerade an und ich sage dir, es ist billig günstig geworden, ja. Weil es ist, in der Tat ist sie aktuell, um es gleich mal, bei 41,60 Euro und sie war im Hoch 21 bei ungefähr doppelt so hoch, ja. Hat sich ungefähr halbiert und das ist ja jetzt eben nicht kein Einzelplayer, keine Biotech-Bude, die nicht profitabel ist, sondern eben ein breitgefährherter Fonds. Es ist im Prinzip wie ein Fonds, bloß dass man den Vorteil hat, man muss keinen Ausgabeaufschlag bezahlen, wenn man diesen Fonds kauft. Und natürlich gibt es da auch quasi Management-Gebühren, die dann natürlich aus den Erlösen und so weiter dann bezahlt werden müssen und Kosten, die da anfallen. Aber eben nicht so wie bei einem Biotech-Fonds, dass da alle möglichen, was weiß ich, Banken und was auch immer mit verdienen. Und im Vergleich zu einem Fonds hat die Gesellschaft eben auch den Vorteil, dass sie nicht, wenn jetzt Anleger den Fonds verkaufen, dann quasi auch Aktien verkaufen müssen, sondern das macht sie ja stabiler dann quasi auch in Zeiten, wo es zum Beispiel der Sektor dann nicht so gefragt ist. Und der Biotech-Sektor ist ja auch so ein Sektor, der auch schon mal extrem geboomt hat, auch schon mal das neue KI war so ungefähr. Oder nicht das neue KI, sondern das jetzige KI. Und weil da viele Fantasien drin waren, vor allem natürlich, dass wir endlich uns von den Geißeln der Menschheit befreien und die Krankheiten heilen, allen voran Krebs. Das ist ja immer noch die Fantasie, die in diesen Werten steckt, die quasi Disruption der herkömmlichen Pharmafirmen. Und die Idee ist ja nicht gestorben. Die ist aktueller denn je und wird sicherlich dann auch von, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, von KI unterstützt werden, die Forschung in dem Bereich. Und da tut sich viel. Und es gab natürlich den letzten Hype, so nach Corona, da hat man ja wieder mal gesehen, wie wichtig Biotech ist. Auch dank BioNTech hierzulande in Deutschland, die ja ganz schnell hier einen Impfstoff aus dem Markt gebracht haben, aber auch Moderna, die gleichen mRNA-Technologie, die übrigens dann auch bei BB Biotech im Portfolio sind, BioNTech nicht. Und so. Und BB Biotech ist eben eine Gesellschaft aus der Schweiz und die Aktie ist notiert in der Schweiz, auch an europäischen Börsen, aber auch in Deutschland. Und sie geben auch eine Garantie für ein Dividende von mindestens 5%. Und sie sagen selber, da hat jetzt der Chef jetzt gerade auch einen Artikel, den man auf der BB Biotech Seite, also BB Biotech.ch, kann man sich sehr vieles anschauen, auch zum Portfolio, zur Wertentwicklung und auch sehr viele interessante Infos. Das zum Beispiel schreibt er, dass sie jetzt aufgrund vor allem auch der Biotech-Sektor insgesamt vor allem auch den steigenden Zinsen sehr stark gelitten hat, weil gerade dann unprofitable Unternehmen da besonders eben drunter gelitten haben. Und das schreibt, dass viele kleinkapitalisierte Unternehmen da unter Druck gekommen sind, weil eben natürlich die Forschung sehr viel Geld kostet und teilweise ja mehrere Millionen Euro, bis man ein Medikament entwickeln kann. Und er hofft aber darauf, dass sozusagen der, ja auch bei künftigen Zinssenkungen dann eben es wieder eine Aufwärtsbewegung auch bei den Aktienkursen in diesem Sektor einsetzen könnten. Und nachdem ja der Zinsgipfel doch ziemlich nah ist aus meiner Sicht, wir werden wahrscheinlich nochmal einmal eine Zinserhöhung in Amerika und in Europa bekommen und dann war es das wahrscheinlich. Von daher könnte man hier und das sieht man jetzt auch immer wieder bei Tech-Werten schon doch mit auch einer Entspannung auch im Biotech-Sektor rechnen. Und das wird jetzt eben auch die Idee, dass ich jetzt diesen Bullen der Woche immer nur als Idee vorschlage. Aber wie gesagt, um breit diversifizierte hier einzusteigen, ist es vielleicht sogar diese Aktie besser als irgendein Biotech-ETF oder was auch immer, weil man hier auch ein bisschen mehr aktives Management dabei hat und sehr viel Know-how auch. Und sie konzentrieren sich ja in ihrem Portfolio schon auch wieder auf, hauptsächlich auf profitable Unternehmen und solche, die an der Gewinnschwelle stehen. und 36 Prozent zum Beispiel sind profitabel, dann sind 44,7 Prozent sind finanziert bis zur Gewinnschwelle oder haben schon ein Produkt auf dem Markt. Das ist die Hoffnung, was sie dann sind. Das ist die Hoffnung, ja gut, klar, nach den Prognosen, aber wenn sie dann schon ein Produkt haben, ist es ja auch leichter zu berechnen. Dann haben sie noch Unternehmen mit 14,7 Prozent, die in der Pipeline, die finanziert sind bis 2025 drüber hinaus und dann kurzfristig finanziert nur bis 2023, 2024 haben sie nur 4,4 Prozent. Weil natürlich, wenn momentan ja die Gelder nicht so fließen noch immer im Startup-Bereich, das ist natürlich schwieriger, wenn man nicht so langfristig finanziert ist. Geben die auch Geld eigentlich oder investieren die nur in die einzelnen Aktien? Naja, die sind ja teilweise eben auch in vorbörslichen Sachen investiert und dann geben sie natürlich Geld. In dem Sinn, also ich meine, gut, wenn du eine Aktie kaufst, gibst du auch quasi Geld. Ja, ja. Oder beteiligst du. Nee, dann gibt es jemanden, dass es Geld. Aber es kann ja sein, dass du dich an der Kapitalerhöhung beteiligst. Ja gut, dann auch. Wenn du ein größerer Investor bist, kann das schon mal wie die. Aber sie investieren eben auch in vorbörsliche Beteiligungen. Und ja, das Interessante an der Aktie ist jetzt momentan, dass die auf quasi, wie ist denn eigentlich? Ich könnte schon mal sagen, sie 7% Dividendrendite hat, obwohl die Dividend reduziert worden ist. Aktuell 6,9%. Hammer. Genau. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und vor allem, sie wird aktuell bewertet günstiger als das Net Asset Value. Das ist bei gestern 10.07. festgestellt worden mit 41,90 Euro. Und der Aktienkurs liegt ja heute bei 41,60 Euro. Also knapp darunter. Und historisch wurde die eigentlich immer, weil man ja sagt, okay, da ist ein aktives Management dahinter und da kann man eigentlich eine Überbewertung bezahlen. Teilweise war die schon 20% über Net Asset Value. Das ist also die eine Fantasie, dass hier die Bewertung wieder so einen gewissen Aufschlag gibt zum Net Asset Value auf die Bewertung der einzelnen Unternehmens. Und der andere ist natürlich, dass die vor allem die Kurse der einzelnen Unternehmen auch wieder steigen. Also von daher, warum sollte die nicht wieder in diese alten Regionen aus 2021 gehen? Also warum sollte da nicht auch wieder eine Verdopplung auf, jetzt nicht so schnell, aber drin sein, was sagen die Analysten? Lass uns dann aber schnell schauen. Und ich könnte noch sagen, Sie haben sich auf 10 Jahre den Nasdaq Biotech fett outperformed haben. Also wenn man 10 Jahre jetzt guckt, Bibi Biotech pro Jahr 13% und der Nasdaq Biotech Index nur 9,9. Also haben Sie wirklich auf 10 Jahre, auf 5 Jahre Sicht haben Sie nicht mehr outperformed. Da sind Sie, das kann ich auch nochmal sagen, da haben Sie leider Minus von 1,6% pro Jahr und der Nasdaq Biotech hat nur 4. Aber ich finde Biotech Investments immer wahnsinnig schwer, da was zu finden, was gut läuft. Ich habe auch so einen Sparplan auf den Nasdaq Biotech und bin immer entsetzt, wie schlecht er eigentlich läuft und wie wenig da irgendwie an großen Gewinnen kommen. Und Sie haben vor allem, weshalb Sie jetzt auch nicht, Sie sind an dieser ganzen, was ja momentan läuft, das geben Sie auch zu, da sind Sie nicht so, diese ganzen Fettleibigkeitsmedikamente, da sind Sie nicht so wirklich dabei. Sie legen Ihren und auch ganz bewusst, Sie wollen wirklich mehr die Krankheitsfelder angehen, die wirklich langfristig großes Potenzial haben. Eben vor allem die Krebsmedizin, da sind Sie engagiert. Dann sind Sie im Bereich der Demenzerkrankungen engagiert mit Ionis Pharma zum Beispiel, das ist Ihre größte Position. Sie sind auch bei genetischen, das war frängisch, genetischen Medikamenten wie bei CRISPR Therapeutics engagiert und zum Beispiel haben Sie da auch, sehen Sie auch große Fantasie in diesem Bereich, weil Sie sagen, dass dann demnächst eben auch dann mit der Genscheren-Therapie Ende 2023 die erste größere Zulassung eines Produkts, man sehen wird, entwickelt von Ihren Portfolio-Unternehmen Vertex Pharma und CRISPR. Vertex ist auch eine, mir ist ja auch schon ältere, bekanntere, etablierte, auch eine größere Position von Ihnen, die hat aktuell 10 Prozent. Ionis Pharma hat 11,9 Prozent, Argenix 11,5 Prozent, dann haben Sie Neurocrime, Bioscience mit 9,3, Moderna mit 8 Prozent, Inside Corp 7,1 Prozent, Intracellular, kann man sich anschauen, wie gesagt, das Portfolio auf deren Webseite. CRISPR, wie gesagt, die ist kleiner gewichtet mit 1,4 Prozent, das ist auch ein Casey Wood Wert, hat die ja auch in ihrem Ark Genomic mit drin, den habe ich zum Beispiel auch besinnen, das ist vielleicht eine gute Ergänzung, aber in Deutschland eben schwieriger handelbar, eigentlich gar nicht handelbar. So und deswegen ist Bibi Biotech, finde ich, für alle, die in diesem Bereich sich da mal positionieren wollen, vielleicht eine kleine Beimischung im Depot, momentan finde ich, günstig zu haben, wie immer ohne Gewehr. Ich selber habe sie aktuell nicht im Depot, aber ich habe sie wirklich jetzt ganz oben auf der Kaufliste. Ja, Analysten sind 59 Prozent, du wolltest ja eben gucken, wie viele Analysten. Ach so, Analysten habe ich. 59 Prozent sagen Analysten Kurspotenzial. Kurspotenzial, genau. Sehr gut. Zwei Drittel sagen kaufen und ein Drittel sagt halten. Vielen Dank. Haben wir das auch noch nachgereicht und ja, würdest du lieber den Ark Genomics oder lieber den Bibi Biotech machen? Ich gucke jetzt mal beides. Ich gucke mal hier live nach, was besser gelaufen ist. Ark Genomics. Ja, wahrscheinlich ist Ark Genomics ist natürlich noch stärker abgeschmiert. Genomic Revolution. Oh, das klingt ja auch. Der ist natürlich noch ein bisschen konzentrierter. Die haben jetzt nicht so diese profitablen Werte mit drin. Wow, der war ja richtig, das sieht aus wie so ein Kamel, der Ark Genomics. Oder was hat nur einen Höcker? Tromeda? Tromeda. Tromeda, genau. Das ist das Tromeda. Das ist der Tromeda-Chart. Der ging richtig hoch. Der Ark Genomics war schon 300 Prozent im Plus, ist jetzt wieder ungefähr gleich auf mit dem Bibi Biotech. Also das ist die volatile Version, die spekulative Version des anderen. Weil die eben auch viel mehr unprofitabel haben und so weiter. Ja, aber irgendwie, man weiß nie, welches Vehikel man nimmt, um da mitzumachen. Weil da muss ja durch AI auch Monster was passieren. Und die Idee ist ja auch, man kann viel günstiger jetzt mit AI was testen und es müssen die Medikamente, die dann rauskommen, die müssen viel billiger sein. Aber irgendwie sieht man das in den Kursen noch nicht. Und mich wundert das immer. So schnell geht es halt dann auch nicht, weil vor allem das Entscheidende sind ja auch dann wieder die langfristigen Zulassungsverfahren. Die werden ja deswegen auch nicht revoluzieren, weil am Ende musst du die Zulassungen am Patienten machen über mehrere klinische Studien. Aber musst du erkennen, musst du schneller gehen. Ja, das schon. Aber ich meine, wie gesagt, wenn es so einfach wäre, das ist sicherlich, dass man da im Bereich der Genforschung mehr durch. Aber ich meine, da gab es früher auch schon Hochleistungskomputer, die das rechnen konnten. Also ich meine, und das heißt jetzt halt alles AI. Ich meine, den Watson gibt es ja auch schon lange. Also wenn, und Anwendungen in dem Bereich. Und wie gesagt, auch AI gibt es schon länger. Also das ist auch nicht so ein neues Thema, dass hier mit dieser Informatik, Lion, Bioscience, habe ich schon öfters erwähnt, hier aus dem neuen Markt, dieses Geschäftsmodell, die es leider nicht bis ins AI-Zeitalter geschafft haben. Aber die Idee war auch damals schon da. Und das wird natürlich, dass man eben Mustererkennung da macht. Aber einfach Chat-GPT sagen, finden wir jetzt mal ein Krebsmedikament. So einfach ist es halt dann auch nicht. Ja. Und wie gesagt, oft ist das Problem, dass natürlich dann erfolgreiche Biotechs dann schnell weggekauft werden vom Markt und man halt die Gewinnspannung nach oben nicht dabei hat oder nicht dabei ist. Das passiert schon auch manchmal. und man nur lange Zeit die Forschung finanziert und sobald es dann, aber das ist natürlich dann in gewisser Weise auch ein ineffizientes Markt, das muss man dann sagen. Und in Deutschland haben wir eh ein Problem, dass Biotech hier zu Lande wirklich überhaupt nicht geschätzt wird. Deswegen gibt es ja auch kaum noch wirklich Börsengänge hier zu Lande und so ein paar Biotechs, kleine Klitschen, die hier noch so ein bisschen rumkrebsen. Und auch die Regulierung sei angeblich schwieriger, deswegen ist ja auch unsere Biontech zum Teil nach UK gegangen. Es war ja weniger, es war sogar mehr Regulierung, die zum Beispiel eben, das ist ja wieder Beispiel, Daten und so weiter und hängt ja auch mit der elektronischen Patientenakte zusammen, ich habe es heute früher auch erwähnt, wo es ja zum Beispiel auch wieder Aber die ist doch gut gelaufen, die hast du doch noch. Die habe ich ja, die habe ich noch. Red Care Pharmacy heißt die jetzt. Habe ich verdoppelt. Hast du einen richtigen Call gemacht. Ja, habe ich rechtzeitig als Idee vorgestellt. Hast du vorgestellt. Als ich sie gekauft habe, damals auch in dem Umfeld, der sollte eigentlich auch jeder verdoppelt haben, der eigentlich. Der der Idee gefolgt ist. Der der Idee gefolgt ist, unverbindlich. So ist es. Es gab auch schlechte Aktien, aber das war mal einfach innerhalb des war letztes Jahr und ich habe sie glaube ich sogar nochmal Anfang des Jahres auch nochmal bei der Idee. Ich glaube, da hat sie auch nochmal einen Kudos bekommen. Also das ist ja. Und ich kann ja sagen, die Artificial Intelligence gibt es seit den 1950er Jahren. mit Alan Turing. Der hat nämlich diesen berühmten, der ja auch für den Turing-Test steht, 1950er Jahre ist die Geburt von AI. Und ich weiß es deshalb, weil wir nämlich heute nach der Devin und Chavis-Aufnahme haben wir nämlich den Palantir Europa-Strategie-Chef Jan Hieserich. Den interviewen wir hier vor Publikum im Club. Ich habe ja auch eine Palantir-Aktie bei mir. Ja, ich habe auch Palantir, genau. Darf ich ihn überhaupt befragen, wenn ich der Aktionär bin? Oh, da muss ich vorher das Thema machen. Da muss ich vorher das Thema machen. Ich bin hier investiert. Ich werde ihn auf jeden Fall durchschütteln und werde mal fragen. Hallo, ich bin hier. Weil bei ihm war nämlich, bei Palantir ist nämlich der Durchbruch nicht Ende November gewesen, wie bei Microsoft beispielsweise. Bei der Aktie jetzt. Bei der Aktie. sondern die hat erst im Mai ihr AI-Fever bekommen und da wird er uns hoffentlich erklären, was da passiert ist. Im Mai. Hoffen wir. Bei in Mai und bleib dabei. Genau. Also das ist ja aber meine Devise. Die Aktie hat sich mehr als verdoppelt. Alle, die Silent May gemacht haben in diesem Jahr, schauen ein bisschen in die Röhre. Hat nicht so gut funktioniert, oder? Nein. Okay, gut. Dann komme ich mal zu meinem Bullen. Ich habe einen Bullen. Da bist du, glaube ich, auch Kunde. Kunde. Oder? Kann das sein? Mein Bulle ist nämlich Smart Broker. Ja, bin ich in der Tat. Habe ich ja schon mal mich geoutet, ja. Das ist eine Aktie auch. Ich habe verschiedene auch, verschiedene Anbieter, aber unter anderem beim Smart Broker habe ich eine. Da habe ich auch mal. Aber irgendwann kam dann eine CD-ROM zu mir nach Hause geschickt. Also erst mal musste ich drei Monate warten. Dann kam eine CD-ROM und dann stand irgendwie, Sie sind Kunde bei DAB oder irgendwie BNP Paribas. Und ich dachte so, was bin ich? Und dann habe ich diese komische CD-ROM in der Hand gehabt. Da habe ich gesagt, nee, komm, das muss ich nicht haben. Und deswegen bin ich nie Smart Broker-Kunde geworden. Die Aktie war ja früher Wall Street Online, heißt jetzt Smart Broker und es meint Bulle der Woche. Und ich erkläre dir jetzt, lieber Dietmar, warum das möglicherweise einen Blick wert ist, diese wunderbare Aktie, die jetzt Smart Broker heißt und früher Wall Street Online war. Weil Smart Broker macht nämlich jetzt den Smart Broker Plus Move. Und ich weiß nicht, wenn du auf der Webseite mal bist, kannst du auch schon mal so ein bisschen sehen, was da passiert. Nämlich, die brechen ins digitale Zeitalter auf. Ich meine, ich gebe zu, 2023 ist jetzt nicht ganz frisch, die Idee ins digitale Zeitalter aufzubrechen, aber immerhin besser spät als nie. Weil ich habe ja schon oft erzählt, die Plattform sieht ja immer noch, die war ja früher DHB-Kunde. Und das sieht ja immer noch aus wie in den 90ern. Deswegen auch die CD-ROM. Ja, ich sage ja. Und jetzt kommt es aber. Jetzt wird das richtig schick. Die haben ja erst ihre Seite Wall Street Online, die ist ja auch schon ein bisschen gebrushed worden. Die sieht auch ein bisschen hübscher aus jetzt. Und jetzt machen sie halt Smart Broker Plus und das wird dann auch eine Mobile App. Du kannst dann erstmals auch bei Smart Broker ein Handy nehmen. Alter, was ist das? Ja, und mit Neonfarben. Das ist schwarz mit Neonfarben. Ich durfte mir auch schon so. Machst du dich jetzt ein bisschen lustig drüber? Nein, ich habe eine Sneak Preview bekommen. Ich war überhaupt nicht lustig. Das fand ich wirklich. Es sah sehr schön aus. Ich meine, ehrlich, bei anderen gibt es das schon etwas länger. Aber da gibt es es jetzt auch. Aber immerhin sah es schön aus. Das Schöne bei denen ist ja, dass sie so viele Datenquellen haben. Die sind ja beteiligt an Wall Street Online, Arriva, Finanznachrichten.de oder noch eine Weiber. Die haben ganz viele solche Webseiten. Und da haben die ganz viele Daten. Die haben Community-Daten. Also die wissen meist diskutiert, meist gehandelt, meist hier, meist da. Und das wollen sie jetzt. Das konnte ich jetzt leider noch nicht prüfen, ob das wirklich so ist. Diese Daten wollen sie intelligent auch in deinen Smart Broker-Feed mit reinpacken. Und dann hättest du auch zu deinen Aktien immer, was da gerade diskutiert wird, was da gerade Phase ist und so weiter. Also das wäre schon mal eine Sache, die schon mal positiv ist. Und du hast, weil die so viele Datenquellen haben, jetzt auch viele Daten. Und du hast ja den Vorteil bei Smart Broker im Gegensatz zu den klassischen Neo-Brokern. Du kannst ja auf diesen Getex oder Lang und Schwarz oder bei Tradegate bei denen handeln, kannst du ja auch an etablierten Börsen bei denen handeln. Also du kannst Xetra machen, geht bei Scalable auch, ja. Aber bei Beispielsweise, wenn man Trade Republic hat, geht es nicht. Und man kann beispielsweise auch an der Wall Street, in der Nasdaq und so weiter kann man auch handeln. Und das ist relativ günstig. Also sie verbinden die eine Welt, die Neo-Broker-Welt, haben natürlich nicht so viele kostenlose Sparpläne. Du musst bei einer Mindestorder, brauchst du 500 Euro, kannst halt nicht umsonst handeln mit 10 Euro oder so, sondern du musst halt dann schon größere Orders haben. Und du kriegst halt auch nicht so viele ETF-Sparpläne, sondern du kriegst halt nur, glaube ich, 26 oder 27. Und die sind alle von BNP Paribas. Da gibt es jetzt nicht so viele. Also da geht noch mehr. Aber es sieht halt cool aus. Und was mich halt überzeugt hat, nicht nur, dass sie jetzt endlich mal in die neue Welt aufbrechen und mal eine coole Experience haben, sondern dass die Aktie so wahnsinnig günstig ist. Ich habe mir mal angeguckt, wie viel die wert ist. Also die kostet an der Börse 146 Millionen gerade mal. Und wenn man sogar in den Netto-Cash abzieht, hat man sogar noch 139 Millionen. Dann kann man sich ja mal angucken, wie viele Kunden haben die und wie viel Geld haben die. Also die haben beispielsweise 267.000 Konten und haben einen Kundenwert von, wo habe ich es stehen? Das durchschnittliche Depot ist 75, nee, ist, wo habe ich jetzt, bin ich hier genauso, 34.000. 34.000 ist das durchschnittliche Depot und sie haben 9,2 Milliarden Euro unter Management. Und da muss man ja wirklich sagen, wenn man das jetzt mal ausrechnet, die Marktkapitalisierung auf diese Assets an der Management, dann sieht man, wie günstig die sind. Und dann sieht man, dass sie 0,01 kosten. Und wenn man beispielsweise jetzt Flatex Digiro anguckt, die haben, auch das habe ich mal rausgesucht, die haben 2,5 Millionen Kunden und rund 40 Milliarden an Vermögen, dann sieht man halt, dass sie denen gegenüber halb so teuer nur sind an der Börse. Liegt natürlich auch daran, dass ein Großteil der Aktien von Smartbroker bei einem Großaktion bei Herrn Kölmel liegt, der immer, der schon, nee, Kolbinger heißt ja nicht Kölmel. Kölmel war der Kinowelt. War der Kinowelt, genau. Kolbinger war das. Der hat damals ja auch von Axel Springer die Wall Street Online zurückgekauft. Die gehört ja mal zu 75 Prozent, Axel Springer. Und der hat die zurückgekauft. Das ist natürlich immer ein Problem, wenn man so einen Großaktionär drin hat mit 54 Prozent, dann kann man nie, dann ist halt Übernahmefantasie schwieriger bei so einer Geschichte. Oder man kann nie gegen diesen Großaktionär irgendwas machen. Und das ist natürlich immer unter Governance-Gesichtspunkten schwierig. Und was auch schwierig ist, es gehen nur ganz wenige Aktien um. Also die wird nie eine sein, die jetzt ein großer Fonds mag kaufen. Also es hat immer nur so ein kleiner, leger Zock. Und man muss es irgendwie schaffen, da, bevor man irgendwie die Aktie richtig zum Laufen kommt, müssen da institutionell damit drin sein. Dann gibt es auch eine Coverage. Bisher ist es so, die Analysten, die die covern, die werden bezahlt von Smartbroker, was auch blöd ist. Ich meine, die meisten haben, also es gibt Kaufen drauf mit einem Kurs von 14, die notieren ungefähr bei 9. Also es ist auch von Monega. Es gibt andere, die haben Kurs C10 oder Kurs C12. Insgesamt wird da schon ein großes Aufwärtspotenzial auch gesehen. Aber es ist halt gekauftes Research. Auch das ist immer ein Makel. Und das Risiko ist auch, wenn du jetzt in die neue Smartbroker Plus Welt übergehst, dann musst du dein Konto migrieren von der BNP zu Baader Bank. Also die machen bei der Baader Bank dann dein Konto auf und du musst das dann irgendwie nochmal verifizieren und musst da nochmal so mit Ident am Telefon machen, Video-Ident. Und das kostet nochmal dich 10 Minuten oder Viertelstunde. Da kann natürlich auch sein, dass da nochmal ein paar Leute verloren gehen bei. Aber du kannst das Alte ja behalten, oder? Ich weiß es nicht, was passiert, ob du, wenn du beim Alten bleibst, ob du dann irgendwann verstoßen wirst. Das ist eine gute Frage. Das habe ich gar nicht gefragt. Siehst du? Desktop, die Dinosaurier. Nee, du willst ja auch die neue Kuhle. Du willst ja das neue Kuhle haben. Und insofern, die Aktie hat natürlich auch den Vorteil, diese ganzen Finanznachrichten, Websites, die spielen ja auch Werbung, Werbegelder ein und so weiter. Es geht nicht nur ums Brokerage, sondern es geht auch um diese Sachen, die man ja auch mit dazunehmen muss. Das ist ja ein Vorteil zu FlatX und Giro, die gar nicht diese ganzen Portale haben, wo man ja auch noch zusätzliches Geld macht. Insofern ist es meines Erachtens eine sehr günstig bewährte Aktie, die allerdings, ich weiß nicht, wie sie wach geküsst wird, weil sie halt nur so geringe Umsätze hat. Das sind viele Aktien, die einfach, das ist ja auch bei meiner Home-to-go-Aktie so, die Aktie kräbelt ja auch vor sich hin, weil einfach da nicht genügend Umsatz drin ist, dass da große Fonds reingehen. Und das ist bei denen auch das Problem. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann, aber auf jeden Fall eine spannende Aktie, eine spannende Idee, jetzt das Smart Broker Plus zu machen. Und vielleicht kriegen die dann auch mehr Kunden. Die wollen 75.000 neue Kunden jetzt gewinnen bis von 2024 an mit ihrem neuen Ding. Und wenn man die reinen Zahlen anguckt, sind sie halt sehr günstig bewertet. Und Sie haben ja schon mal eben nach Corona-Aktien-Boom oder im Corona-Boom-Gang sind Sie ja auch schon mal bis auf fast 30, 28, 40 sowas gestiegen. Und jetzt sind Sie bei 9,34 Euro. Also von daher zeigt das ja auch, wo es hingehen kann. Und wir haben ja damals auch über die rechtzeitig dann über diese ganzen aufkommenden Broker-Aktien, die da ja einen Boom erlebt hatten. Baader Bank im Übrigen als Partner ist ja auch eine aktiennotierte Gesellschaft. Genau, die kann man auch kaufen. Die auch mal relativ günstig notiert sind. Also habe ich jetzt nicht aktuell auf dem Schirm. Und weißt du, was die Durchschnitts-Trade bei Smart Broker ist? Was würdest du denken? Naja, wahrscheinlich eher so 1.000. Nee, 5.000. 5.000. 5.000, das sieht man. Wenn man einen Neo-Broker nimmt, das ist ja teilweise, ich glaube, Trade Republic bei 300 oder so. Da sieht man, was der Unterschied ist. Das sind die Taschengeld-Trades, die dann ganz schön nach unten drücken. Drücken, drücken, genau. Und der durchschnittliche Kontobesitzer macht 29 Trades im Jahr. Und die 18 Trades, 2021 waren es 29. Es ist weniger Trading, aber wie gesagt, 5.000 pro Order. Und die Leute, die da sind, nur 3% der Kunden gehen wieder. Aber so viel bleibt dann halt nicht hängen. Weil dann haben sie ja wirklich dann bloß die Gebühren per Orderflow. Du kannst natürlich, wie gesagt, bei allen Handelsplätzen da handeln. Nee, Pifof ist bei denen kein Problem. Ich mag es natürlich dann immer bei GetX. Du kannst dann quasi ab 500 Euro. Ab 500 Euro umsonst bei GetX, genau. Dann kriegen sie halt den Orderflow zurück. Und das ist halt günstiger als bei den Neo-Brokern, muss man ganz klar sagen. Nein. Bei den Neo-Brokern musst du entweder bei Scalable die Flatrate zahlen. Oder 1 Euro bei Trade Republic. Oder 1 Euro bei Trade Republic. Und quasi, dass du ab 500 Euro ganz umsonst kostenlos handeln kannst, gibt es quasi so nur bei dem Smartbroker. Ach so. Ja, also du sparst dir sogar den 1 Euro. Aber da musst du 500 Euro schon umsetzen. Ja, aber der Defner kauft natürlich nicht für das Taschengeld. Also ich meine, ich finde schon, Aktienkauf macht nicht so viel Sinn. Und die durchschnittlichen Kosten für Neukundengewinnung sind ungefähr 100 Euro. Das ist auch relativ wenig. Und die sind innerhalb von weniger als zwei Jahren wieder eingespielt. Ich bin mir nicht sicher, wenn du mit einem Neo-Broker einen Neukunden hast. Das spielt sich, glaube ich, nicht innerhalb von zwei Jahren oder weniger als zwei Jahren wieder ein, der Neukunden. Also insofern, ich finde, die Economics sind alle ganz gut. Aber bisher war das halt nur so für Freaks wie für dich, weil du halt diese Plattformen noch hattest. Und ich bin mir halt nicht sicher, wenn die es jetzt ein bisschen freakiger und hipper machen mit so Neonfarben und irgendwas, ob da nicht auch die Taschengeldfreunde dahin kommen. Und dann, weiß ich nicht, da wird bestimmt der Durchschnittstraight auch fallen. Aber wie gesagt, ab 500 kann man ja erst umsonst. Und was ist, wenn man 400 handeln würde? Was muss man dann zahlen? Ja, dann zahlst du halt die normalen Gebühren. Die sind ja auch nicht so, aber die werden ja nicht, keine Ahnung. Also man muss da auch immer aufpassen. Das wird natürlich schon immer als Voreinstellung, als Handelspartner Tradegate genommen. Also du musst schon immer aktiv GetX dann auswählen. Bei Tradegate musst du bezahlen. Genau, bei Tradegate musst du bezahlen, bei allen anderen musst du ja auch bezahlen. Bei Gategate kannst du ja umsonst handeln. Aber wie gesagt, der Vorteil ist auch, dass du in New York auch mithandeln kannst. Also wenn ich jetzt eine E-Hank zum Beispiel kaufe. Das machst du immer bei Smart Broker? Ja, die habe ich dann da liegen zum Beispiel. Ah, ja, seht ihr es? Seht ihr es? Und jetzt, wie gesagt, die Aktie billig, mein Bulle der Woche. Aber wie gesagt, wenn was billig ist, wenn da keiner richtig handelt, dann führt das nichts. Ja, sie müssen ja auch ganz schön investieren. Nein, das kostet, ich meine, sie sind jetzt nicht für ihren Umbau und so weiter, das haben sie ja lange hinausgeschoben, auch weil es Geld gekostet hat und der Aktienboom erstmal zum Erliegen gekommen ist. Also kostet schon Entwicklungskosten auch für so eine kleine Bude, wenn du es plötzlich alles umbaust und trotzdem weiter quasi in dem Preiswettbewerb bestehen willst. Also das ist nicht so ohne und haben natürlich nicht die Summen zur Verfügung, wie sie Scalable und Trade Republic von ihren Investoren haben. Das stimmt. Die auch nicht börsennotiert sind und so weiter. Also das ist schon, da muss man auch dann im Bitbear beteiligen können. Die holen jetzt halt nur nach, was die anderen schon haben. Ja, genau. Und der Free Cashflow ist noch lange, 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 lange negativ. Ich gucke gerade mal, wie weit das hier noch, bis 2024. Dann soll sogar mal ein kleiner, positiver Free Cashflow sein. Also insofern. Insofern kann man es sich mal anschauen, aber wie gesagt, du hast ja darauf hingewiesen, nicht besonders großer Streubesitz und eine geringe Marktkapitalisierung. Das heißt, streng limitiert nur ordern, wenn man dieser Idee folgen möchte, weil da ein paar Orders dann schon auch einen ganz schönen Ausschlag geben können und dann lieber auch mal ein bisschen abwarten. Ja, muss man nicht sofort. Nee, auf keinen Fall. Wenn man sieht, um 15.09 Uhr, also wenn wir hier gerade aufnehmen, 23 Stück, wenn da gehandelt, 23 Stück, dann hatte man 14.50 Uhr immerhin 400 Stück mal oder 14.46 Uhr 200 Stück. Da sieht man, wie wenig da umgeht. Und wenn man dann irgendwie eine Order über, weiß ich nicht, 100 Stück machen würde, hat man teilweise dann wahrscheinlich so in fünf Branchen wird das dann ausgeführt. Auch das ist eine komische Sache. Naja, also wie gesagt, gut. Sehr schöner Bruder, ja. Kommen wir zur Diskussion schon. Nehme ich doch auch gleich auf meine Liste hier. Nimm es mal wieder. Zum Beispiel kannst du für deine eigene Aktie dann handeln. Wie kaufst du dir dein Beispiele? Ich hatte es in der Zeit lang, aber da ist es wirklich so schlecht performt, dann habe ich es einfach rausgeschmissen. Da habe ich die ganzen Broker-Aktien und alles, da hatte ich auch Baader Bank und was lang und schwarz, was man sonst noch in Deutschland haben kann in dem Bereich. Da gibt es viel. Das waren ja alles die Möglichkeiten, wo man dann eben auch, und die sind ja eben so schnell hochgeschossen. Wir hatten damals auch rechtzeitig, ich erinnere mich noch gut an diesen Podcast-Ausgaben. Weißt du doch, damals, dass wir auf rechtzeitig auf den bevorstehenden Börsenboom hingewiesen haben. Ja, muss man sagen. Stimmt. Wir sind schon oft auch wirklich sehr, sehr früh dran. Und ich habe sogar bei lang und schwarz rechtzeitig die Definition-Strategie gemacht und habe, als ich das Ding mehr als verdoppelt habe, die 100% mitgenommen. Und alles, was ich da jetzt noch habe, läuft nicht so gut, aber das ist ja geschenktes Geld. Genau. Da fühle ich mich gut. Ja, genau. Und das kann man dann auch mal liegen lassen. Dann kann man auch mal eine Delle aussetzen. Ja, das ist schon sehr dällig. Aber es hängt, wie gesagt, schon immer von insgesamt von so einem Börsenboom. Wir hoffen jetzt mal, dass es nicht immer 20 Jahre dauert, bis der nächste Börsenboom kommt. So, und außerdem wird ja die ETF-Generation ist ja auch wirklich gekommen, um zu bleiben und vorbildlich hauptsächlich in ETFs investiert. Das haben wir ja vom ... Aber da hat natürlich lang und schwarz nicht so viel vor. Genau, natürlich, klar, verdienen die nicht so viel, aber für die Anleger ist es auf jeden Fall besser. Ja, statt um wild rumzuzocken. Also letztendlich freuen wir uns ja lieber, wenn die Anleger reich werden, als wenn der Smart Broker reich wird. Sehr schön gesagt. Ja, top. So, jetzt kommen wir zum Thema. Jetzt kommen wir zum Thema. Also, es musste nochmal nachbesprochen werden. Ja, wir haben ja letzte Woche schon mal, das hat es der Kollege Zschäpitz schon angewiesen. So aus der Hüfte. Ja, aus der Hüfte geschossen. Das war nicht gut. Ja, das war jetzt okay. Nein, also meine Einschätzung war total falsch. Also ich habe ja gesagt, Elterngeld wird keiner mehr kriegen und es ging nicht darum, dass keiner mehr kriegt, sondern es kriegen ... Hattest du gesagt, keiner mehr? Nein, keiner war jetzt übertrieben. Habe ich gesagt, viele werden es nicht mehr kriegen, aber es geht ja nicht um viele, es geht um eine kleine ... Ja, ja, es geht um eine kleine Gruppe und trotzdem die Frage, haben es die noch verdient oder nicht. Ja, und genau. Du hast ja letzte Woche schon auf meinen möglichen Interessenkonflikt hingewiesen, dass ich einen möglichen Kinderwunsch noch habe und dass ich möglicherweise über der ... dieser betreffenden Gehaltsgrenze bin zusammen mit meiner Frau. Ja, also es ist ganz kurz noch mal ... Verdienst du so viel oder verdienst du so viel? Also ich verdiene natürlich mehr, weil ich älter bin, ja, aber auch meine Frau verdiene nicht schlecht und so. Und es geht darum, dass eben die Pläne von Frau Paus, der Familienministerin, wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, Elterngeld soll eben begrenzt werden, weil sie angeblich sparen muss, weil ihr das Finanzministerium aufgetragen hat, zu sparen. Nicht angeblich, sie muss sparen. Sie muss sparen. Ja. Sie muss sparen. Genau, sie muss sparen. Sie muss sparen. Genau, sie muss sparen. Und jetzt hat sie halt gesagt, spare ich halt daran. Jetzt hat sie gesagt, so. Und jetzt soll es Elterngeld eben nur noch für Einkommensklassen geben, bis zu 150.000 Euro pro Paar zu versteuerndes Einkommen. Und daraufhin gab es jetzt doch auch wirklich sehr, sehr viele Reaktionen, hätte man ja gar nicht gedacht, weil angeblich sind ja so wenige nur betroffen, das heißt ja immer von, keine Ahnung, drei bis fünf Prozent, die da tatsächlich dann betroffen sind. Aber das sind ja unterschiedliche Rechnungen. Frau Paus sprach erstmal von 60.000 Paaren, die betroffen wären. Das IW hat mal hochgerechnet, dass das auf jeden Fall über 400.000 Paare, schon allein von den stehenden Paaren, die noch einen Kinderwunsch haben können, die diese Einkommensklasse sind, sind über 400.000 Paare. Und auf der anderen Seite muss man jetzt wirklich auch nochmal alle Singles und alle, die potenziell noch in Zukunft betroffen sein könnten. Also da ist natürlich, erweitert sich dieser Kreis auch ganz schnell auf noch viel, viel mehr Betroffene. Das zeigt zum Beispiel auch eine Petition, die von der Frau Pauster, einer Unternehmerin, die hat sich dieses Themas ja angenommen, sehr öffentlichkeitswirksam, auch bei uns bei Weltfernsehen und überall anders im Fernsehen und auf Social Media hat die ganz schnell eine Kampagne und eine Abstimmung, eine Unterschriftenaktion bei Change.org organisiert und binnen weniger Tage 500.000 Unterschriften gesammelt. Also wenn da so wenig nur betroffen sind, ist es schon wirklich, finde ich, eine starke Leistung, dann da 500.000 Unterschriften zu sammeln. Und das ist das eine. Und die Umfrage, die du genannt hast, ja ungefähr zwei Drittel sagen, ja, das ist richtig, dass das abgeschafft wird. Aber dann sind ja immerhin ungefähr ein Drittel noch, die sagen, ja gut, ich finde es nicht so richtig. Und wie gesagt, wenn man sagt, das sind ja nur diese Reichen, die da angeblich betroffen sind, diese Besserverdiener und so weiter, dann gibt es ja da noch vielleicht sowas wie eine Solidarität. Und man muss jetzt einfach wirklich mal dieses Eingrenzen und sagen, das ist schon wirklich, es trifft schon eine Mittelschicht, eine gehobene Mittelschicht natürlich, aber du bist natürlich schnell in diesen Einkommensklassen, wenn beide Akademiker sind, beide irgendwie ganz gut verdienen, dann kommt man schnell dahin und Ärztin und Arzt, Ingenieurinnen, Ingenieure, selbst in der, hat nur ich eine vorgerechnete, in der Automobilbranche in Deutschland ist das Durchschnittsgehalt schon bei 75.000 Euro. Da sind auch also zwei aus der Autobranche ganz allein, wenn sie nur Durchschnittsgelder haben, dann schnell mit dabei. Und was weiß ich, Unternehmensberater, Programmierer, IT-Entwickler, alle sind in diesen Klassen ganz, ganz schnell und werden schnell davon betroffen sein. Also es ist jetzt nicht so, wie da immer getan wird, es sind jetzt die Superreichen und es geht auch gar nicht ums Vermögen. Und im Übrigen ist einfach festzustellen, dass die Idee des Elterngeldes auch überhaupt niemals, und das sagen ja alle, aller Couleur, die Idee war einer Sozialleistung, dass man sagt, man muss jetzt hier irgendwelche bedürftige Menschen unterstützen, sondern es ging immer darum, dass man letztendlich ein Zeichen setzt für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und dass man vor allem, auch das war schon damals ein ganz klares Ziel, dass man vor allem das Kinderkriegen bei Akademikerpaaren fördert, weil die halt deutlich zurückgeblieben sind. Also deutlich eben weniger Kinder bekommen als der Durchschnitt. Weniger Jason, mehr Nils. Ja, genau. Das wollte man fördern, dass eben Akademiker auch zur Familiengründung animiert werden. Und das ist ja ganz klar, Akademiker studieren, dauert es eben länger, dann sind sie irgendwann mit Anfang 30 dann mal so richtig im Beruf angekommen, da wollen sie auch nicht gleich, da wollen sie erstmal Karriere machen und dann wird es ja immer knapper die Zeit. Und wenn dann eben noch, und deswegen wollte man es fördern, dass man wenigstens hier mal vielleicht auch dieses finanzielle Argument nicht mehr hat, am Anfang seiner Berufskarriere dann auch gleich wieder finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen, weil man gerade ja auch viele Ausgaben dann schultern muss. Man hat sich eine größere Wohnung gemietet, wie vielleicht eben auch mit dem Ziel der Familiengründung, die erstmal natürlich auch viel teurer ist, als wenn man irgendwie aus der Studentenbude rauskommt. Man hat andere Ausgaben, viele müssen sogar noch was abstottern, keine Ahnung, für das BAföG oder was auch immer. Man hat auf jeden Fall wahnsinnig viel in seine Ausbildung investiert und verdient jetzt zum ersten Mal ein bisschen Geld. Was andere, die ihre Lehre… Ausbildung gab es umsonst übrigens. Das ist faszinierend. Genau. Und ich meine, man muss ja auch mal sehen, diese ganzen Verteilungsdiskussionen, andere verdienen dann schon, haben schon eine halbe Generation dann Geld verdient, wenn sie jetzt irgendwie mit 16 in die Lehre gegangen sind und irgendwie mit 18 schon ordentlich Geld verdienen. und wo auch zum Beispiel leben, wie gesagt, ich komme ja auch vom Land und weißt du, dass man da auch viel, viel günstiger leben kann. Da haben die Leute ihr Häuschen und das ist irgendwie zu stemmen finanziell. Und in der Stadt kannst du ja kaum eine Eigentumswohnung mehr leisten, weil die Preise ganz andere sind, weil die Mieten ganz andere sind. Da müsste man das auch in Relation setzen, die Einkommen. Die Akademiker sind halt in der Regel darauf angewiesen, dass sie da auch in der Stadt leben. Wenn du in München lebst, dann ist es halt ein Unterschied, ob du 150.000 Euro zu zweit in München verdienst, da bist du ja schon, keine Ahnung, an der Armutsgrenze oder in Plauen oder wo auch immer und wo du wirklich was mit deiner Kohle dann richtig anfangen kannst. Das sind ganz große Unterschiede. Das wird bei dieser so einer willkürlich festgelegten Grenze dann wieder auch gar nicht berücksichtigt, meiner Meinung nach. Und dann, wie gesagt, die Geschichte mit der Familiengründung. Das hat messbar funktioniert. Das Statistisch-Bundesamt hat Frauen mit akademischem Bildungsabschluss. Da gab es eine Pressemitteilung, die zum Beispiel auch die Christina Schröder in ihrem Weltartikel dann verlinkt hat. Christina Schröder, wunderschöner Artikel. Lest euch nicht durch. Die Überschrift ist Mist. Aber ansonsten hat sie gut argumentiert und hat gesagt, sie war ja auch beteiligt als Familienministerin und damals wurde angefangen, die Gehaltsgrenzen zu senken. Der erste Schritt war die Kappung, weil man die Reichensteuer angeführt hat. Und dann hat man gesagt, ja, mehr als Reichensteuer, den kann man ja keine Eltern geben, aber zahlen. Und damals hat sie schon geahnt, das wäre den Anfängen. Du meinst die 300.000? Nee, erst fängst du mit den 500.000 an. 2011 wurde das Elterngeld, vorher gab es anscheinend überhaupt keine Grenzung, dann wurde es bei 500.000 zu Versteuern gestrichen mit Argument sozusagen Reichensteuer, können wir ja nicht irgendwie so. Und dann, sie ahnte schon, das ist ja immer, wenn man irgendwo anfängt mit Grenzen, dann wurde es auf 300.000 herabgesenkt und jetzt eben 150.000. Und wie gesagt, jetzt sind eben die jungen Paare auch, am Wochenende waren wir bei Freunden meiner Frau, er ist Unternehmensbüro, auch so Anfang 30, sie ist im medizintechnischen Ausbildungsberuf, wir sind auch drüber. Was? Ja, du bist dann ganz schnell über so. Die sind über 190.000? Nein, nicht 190.000. Es sind 190.000. 150.000 zu Versteuerndes Einkommen. Zu Versteuerndes Einkommen. Man muss zwischen Brutto und Versteuerndes Einkommen. Vielleicht kann ich noch mal kurz die Zeitung machen. Also da fangen wir mal mit dem Angeblichen. Also das wird ja immer mehr. Also man kann ja überlegen, es geht ums zu Versteuerndes Einkommen. Und das zu Versteuerndes Einkommen, was geht da, da muss man sich schon mal überlegen, was geht da weg? Da gehen schon mal die individuellen Freibeträge weg. Ja, die sind ja gerade mal. Die sind 11.604 und zwar mal zwei. Klar, für ihn und für sie. Dann haben wir schon mal 22.000. Was sind individuelle Freibeträge von 11.000? Freibeträge, du hast doch, ab dann geht doch die Steuer erst los. Zu Versteuerndes Einkommen. Du hast doch Freibeträge unten. Freibeträge. Dann hast du Kinderfreibeträge. Nein, das ist ja kein Freibetrag. Kinderfreibetrag 6.384, die kommen auch noch dazu. Du kannst also noch ein paar Sachen dazu machen und dann kommst du raus, du musst um überhaupt, um überhaupt in diese 150.000, in der Regel, musst du 180.000 mindestens kriegen. Wenn ich jetzt noch, wenn ich jetzt noch dazu kriege, irgendwelche Vorsorgeaufwände und wenn ich irgendwelche sonntigen Sonderausgaben habe und ich würde vermuten, der Unternehmensberater hat wahrscheinlich ganz viele, ganz viele an Menschen, die rumlaufen und eben noch die Steuern so weit runterkriegen, dass du das zu Versteuernden Einkommen runterkriegen. Das ist doch nicht mehr. Du kannst heutzutage überhaupt nichts mehr absetzen von der Steuer. Du hast individuelle Freibeträge und du musst 180.000 kriegen, damit du auf 150.000 kommst. Das ist immer das Erste. Um erstmal jetzt die 150.000, wo jeder rüberkommt und dann stellst du fest, es ist nicht so viel. Und jetzt mal als zweites uns fragen, was sind die beiden Ziele dieses wunderbaren Elterngelds gewesen? Eins hast du ja schon gesagt, die Fertilitätsrate, also wir wollen mehr Frauen pro Kind haben. Die ist tatsächlich gestiegen von 1,33 im Jahr 2006. Das war ja vor dem Jahr auf 1,58. Wobei man aber sagen muss, ah, wir haben noch nicht die zwei geschafft. Und das Zweite, was man zur Fertilitätsrate sagen muss, es gibt keine Evidenz, dass es vom Elterngeld kommt. Es gab ja auch irgendwann Kita, besser Kita-Ausbau. Wir hatten auch Zuwanderung. Vielleicht kommt es einfach die höhere Fertilitätsrate auch, weil wir mehr Frauen an Zuwanderung hatten, wo einfach mehr, die mehr Kinder kriegen. Vielleicht liegt es auch aber daran und nicht am Elterngeld. Also Fertilitätsrate, das ist das eine. Und das Zweite... Nein, ich wollte ja gerade noch erzählen. Es ging auch um Fertilitätsrate, ging es auch dabei, natürlich. Aber es ging um die Akademiker. Ja, ich glaube, die Akademiker-Fertilitätsrate, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist kein, das kann man feststellen, da gibt es keine Evidenz dafür. Das Zweite, was es gibt... Lass mich das nochmal ganz kurz sagen, zu dem Thema Frauen mit Akademischen, das hat das Statistische Bundesamt festgestellt, da konnte ich nicht mehr zu Ende erzählen, Frauen mit akademischem Bildungsabschluss sind besonders oft kinderlos, gilt immer noch. Allerdings sank die endgültige Kinderlosenquote bei den Akademikerinnen zwischen 2008 und 2018. Und das war quasi die Zeit auch des Elterngeldes, wo sich von etwa 28 auf 26 Prozent immerhin... Ja, aber das kann doch genauso gut die bessere Kita-Ausbau sein. Wir haben in diesem Zeitraum wahnsinnig viele weitere elternpolitische Maßnahmen gehabt. Du hast einen Kita-Anspruch, du hast dies, du hast jenes. Also das ist ausgebaut worden. Also du weißt nicht, es kann diesen kleinen Anteil, das auf das Eltergeld zurückzuführen und vor allem, wie teuer ist das? Das ist ja das Erste. Und das Zweite, was wir haben wollten, wir wollten mehr Männer, also wir wollten eine Gleichberechtigung damit auch erreichen. Wir wollten also schaffen, dass einfach Männer mehr in diese Erziehungsarbeit mit reingehen. Jetzt kann man sich einfach mal die Statistik angucken und fragen, wie wird dieses Elterngeld benutzt? Und dann wird man feststellen, dass 75 Prozent der Männer nur ihre zwei Vätermonate nutzen. Also man kann es ja folgendermaßen nutzen. Es gibt 14 Monate, kann man das Elterngeld bekommen, wenn der Partner davon auch zwei mitnimmt. Sonst gibt es nur zwölf. Und man kann es zwischendurch splitten. Also man könnte diese 14 Monate nehmen und könnte sieben, sieben machen oder man könnte, Frau könnte sechs, Mann könnte acht machen. Aber es ist nicht so. Es sind 75 Prozent der Männer machen ihre zwei Monate. Und diese zwei Monate machen die Männer nicht alleine, sondern die meisten Männer machen das zusammen mit der Frau. Und was machen die dann zusammen mit der Frau? Einen schönen Urlaub mit dem Kind und fahren dann irgendwie weg. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch gemacht haben. Und diese Idee davon zu sagen, Männer machen mehr Erziehungsarbeit, hat dieses Elterngeld nicht erreicht. Das Einzige ist, es gibt Männer, und das ist ein kleiner Anteil, zehn Prozent der Männer, die haben wohl drei Monate oder mehr Elterngeld, Elterngeldbezug. Und die machen wohl auch dann auch mehr im Haushalt mehr. Aber es ist sogar so, wenn man die Statistiken sich anguckt, gab es eine schöne Studie zu, dass sogar die Männer, die zwei Monate Elterngeld machen, weniger im Haushalt machen als die, die gar kein Elterngeld und keine Elternzeit in Anspruch nehmen. Also insofern, dieses Ziel ist krachend gescheitert. Und wenn ich mir das angucke und denke mir, ich habe ein Ziel gehabt, ich habe eine Idee gehabt und gebe dafür im Jahr acht Milliarden aus. Aber dann musst du das Elterngeld ganz abschaffen. Dann frage ich mich, das ist ja wohl die Argumentation, dass du dann, weil die in Urlaub gefahren sind, da kenne ich auch viele Kollegen und das waren wahrscheinlich Leute, die nicht über der Gehaltsgrenze lagen. Also fährst nach Thailand, weil es da günstiger ist und machst da zwei Monate auch eine schöne Zeit. Das ist ja auch gerechtfertigt. Finde ich auch gerechtfertigt. Das Elterngeld ist doch nicht dafür da, dass du Jungeltern, Jungfamilien ermöglichst, nach Thailand zu fahren. Also sorry. Es ist nicht dafür da, aber... Wir sind in der Welt hier angekommen, wo jetzt jeder Mensch den Staat anpumpt und sagt, bitte Staat, ich möchte noch hier was, ich möchte noch hier was. Wenn das schon der Fall ist, dass wir als Paar, was 180.000 Bruttoeinkommen zusammen hat, wo dann versteuern 150 rauskommt, wenn die schon anfangen und sagen, ich kriege nur Kinder, wenn ich vom Staat was kriege. Freunde, in welcher Gesellschaft sind wir dann am Leben? Also in dieser Gesellschaft möchte ich nicht leben. Dass wir jedem hier den Arsch abputzen mit Steuergeldern. Du hast ja dein Elterngeld kassiert. Also das ist ja... Wir müssen... Wir haben... Ich habe nur, ich glaube, drei Monate oder so habe ich Elterngeld bekommen. Aber mir ist es... Ich hätte aber mein... Wir haben das erste Kind ohne Elterngeld bekommen. Das nur zum einen. Das ist nämlich schon vor 2007 geboren. Da haben wir keinen Cent für bekommen. So. Und du darfst auch nicht vergessen, dass du, wenn du schwanger bist, das Kind bekommen hast, hast du noch zwei Monate komplette Kohle von deinem Arbeitgeber. Also es ist ja nicht so, dass du kommst, kriegst das Kind, du hast im Vorfeld schon mal noch ein paar Wochen, hast du vom Arbeitgeber und danach kriegst du auch noch mal zwei Monate vom Arbeitgeber. Es ist nicht so, dass du Kind kriegst, in der Klinik landest und nichts bekommst und komplett wegkommst. Und das zweite ist, wenn du Ehegattensplittige hast, was sie die meisten auch noch haben, und du kriegst halt jetzt die Kohle nicht mehr, dann hast du ja automatisch einen niedrigeren Steuersatz. Insofern wird auch da wieder ein Stück abgefangen. Es ist nicht wirklich so. Also es wird keine Verarmung stattfinden. Es wird niemand irgendwie aus seiner Wohnung ausziehen müssen, nur weil dieses Elterngeld nicht mehr in der Form ist. Und wir müssen in Deutschland wirklich es mal schaffen, dass wir dieses Anspruchsdenken an den Staat einfach mal abbauen und sagen, wisst ihr, Aber mit der Argumentation musst du das Elterngeld komplett abschaffen. Warum sollte es dann für jemanden, der 160, Ich würde auch sagen, wir haben in Deutschland 150 Familienleistungen. Wir haben in Deutschland insgesamt 150 familienpolitische Leistungen. Jetzt kriegen wir noch ein Bürgergeld obendrauf. Und wenn du das zusammenpackst, es gibt doch noch ein Bürgergeld in meinem Heilministerium. Und Bürgergeld, da gibt es ja auch noch irgendwie, das wird ja jetzt umgestellt, Hartz IV heißt ja Bürgergeld, da gibt es ja auch noch hier und ein bisschen da. Was hat das jetzt mit dem Elterngeld zu tun? Kann ich dir sagen, wenn du diese ganzen Maßnahmen zusammenpackst, Bürgergeld, Familiengeld, hast du irgendwann kein Lohnabstandsgebot mehr. Dann lohnt es sich, wenn du drei Kinder hast oder zwei Kinder hast, lohnt es sich überhaupt nicht mehr zu arbeiten. Nein. Genau, das ist der Punkt. Aber du musst halt mal sagen. Ja, aber es gibt immer nur quasi für die unteren Klassen dann quasi Entlastung, dass du sagst, okay, da lohnt es sich, irgendwie fünf Kinder zu kriegen, weil da brauche ich nicht mehr zu arbeiten. Ja, aber und diejenigen, die die Leistungsträger sind, die die starken Schultern sind, denen wird es halt noch schwieriger gemacht. Da wird es nicht schwieriger gemacht. Wir haben ein Kind, die kriegt ohne Elterngeld und es hat funktioniert. Du wirst es nicht glauben und wir mussten eine Immobilie abzahlen. Das war alles, das hatten wir auch schon. Also ehrlich, ich weiß nicht, warum das nicht gehen soll, warum man heute ein Anspruchsdenken hat. Ohne die 1800, da geht hier gar nichts mehr. Nee, das ist doch nicht, ich kann doch auch, also wenn ich so viel Geld habe, kann ich auch ohne dieses komische Elterngeld. Ja, du kannst ja als erstes mal dein Elterngeld spenden an der Kita in deiner Gegend, weil du sagst, oh Gott, das steht mir gar nicht zu, was ich damals bekommen habe, würde ich gerne, gerne abgeben und irgendwie... Ja, aber doch, ich kann das doch trotzdem falsch finden. Ich kann das doch trotzdem falsch finden und kann doch sagen, ich finde, das ist einfach nicht der Weg, wie wir mit unserem Staat umgehen können, wo wir sparen müssen, wo wir wirklich, wo wir eher noch in Kitas, in Schulen, in solche Sachen geben, als dass wir irgendwie noch den Leuten den Thailand-Urlaub, also ich kann sich sagen, das haben die sich aber verdient, dass sie nach Thailand fahren. Nee, das haben die sich nicht verdient. Das können die gerne machen, aber bitte doch nicht von Staatskohle. Oder wir hatten hier Kollegen, die haben Südafrika gebucht. Nee, könnt ihr machen, viel Spaß, macht das bitte. Aber da braucht ihr doch nicht die 1.800 Euro vom Staat dafür. Darum geht es ja nicht. Doch, es geht darum, dass du nicht Leuten wohlfühl finanzierst, sondern es geht darum, wir haben ein Subsidiaritätsprinzip. Das waren aber keine Leute, das rede ich auch mal wieder. Wo es darum geht. Das waren Leute, die bestimmt unter 150.000 verdient haben. Dann musst du es denen bitte auch kürzen, wenn du schon hier deine Sozialneiddiskussion eröffnen willst. So, und das Es geht um Bedürftigkeit. Es geht nur um Wohlfühlen. aber das habe ich doch versucht zu erklären. Es ist keine Sozialleistung. Es geht hier nicht um Bedürftigkeit, sondern eben es ist das Ziel, auch Akademiker Familien eben das zu erleichtern, indem man ihn und wie gesagt auch die Beteiligung von Männern. Das mag vielleicht nicht so doll gekriegen. Deswegen hat zum Beispiel der FDP-Vize Johannes Vogel gesagt, wir können ja folgende Regeln einsetzen, das nur in der Zeit, wo sie dann zusammen das kriegen, das auch kriegen, wo sie es zusammen nehmen. Oder es kriegt dann grundsätzlich nur einer, aber man kann es nicht irgendwie sozusagen da nochmal zwei Monate vom anderen Partner dranhängen. Das ist eine Idee, selbst Finanzminister Linden hat auch gesagt, da ist das letzte Wert noch nicht gesprochen. Und also das ist zu tun, dass wir eine Sozialleistung sind, ist keine Sozialleistung, es ist vor allem eine Leistung, die einfach auch in der Regel eine Gleichstellungsleistung ist. Aber haben wir doch gerade festgestellt, dass das nicht funktioniert. Wenn Männer trotzdem faule Säcke sind, wo ist denn da bitte eine Gleichstellungsgeschichte? Es fördert trotzdem die Unabhängigkeit der Frau, wenn sie weiß, ich kriege ein Kind und bin dann nicht abhängig vom Mann, von seinem Gehalt und muss die jedes Mal hinrennen, wenn ich zum Friseur gehe will und sage, ich muss zum Friseur und kann ich mir mal hier was kaufen. Erstmal kriegst du die ersten zwei Monate, kriegst du ja noch. Die ersten zwei Monate. Kriegst du noch so. Aber dann hast du noch immer noch ein Jahr, bis du das Kind in die Kita bringen kannst. Du hast einen Ehegattensplitting. Du kannst es in die Kita übrigens nach drei Monaten bringen. Du kannst es auch übrigens sofort in die Kita bringen. Also gibt es nicht. Das Jahr ist vielleicht so eine Idee, die es irgendwie... Sinnvollerziehungspolitisch stand und sagt, okay... Da gibt es unterschiedliche Theorien. Je nachdem, wenn die Kita gut ist, kannst du es auch nach drei Monaten schon in die Kita bringen. Aber Kita kostet bis auf ein Berlin, wo alles umsonst ist, in München auch sehr, sehr viel Geld. Finden wir eine. Und auch das... Und wie gesagt, dann sind junge Familien da, haben sich viele Kosten und es werden sich viele dann überlegen, glaube ich, ob sie dann doch eben vielleicht später ein Kind kriegen oder dann doch wieder kein Kind kriegen, weil sie es lange rausschieben. und... Oder wenn ich euch das bezahlen muss und ihr kriegt ein Kind nicht, dann lasst es einfach. Also wer nicht kapiert, dass ein Kind kriegen eine ganz andere Sache ist, als 1800 Euro im Monat mal vom Staat zu bekommen. Leute, wie dusselig ist das? Es geht nicht um eine Prämie für ein Kind kriegen, aber es geht darum, dass sich junge Familien oft einfach finanziell und gerade mit der Aussicht, dass es krasse ist, es wird ab 2014 eingeführt. 2024. 2024. Also ab 1. Januar. Also selbst, wer jetzt schwanger ist, ja, und unter dem Vorzeichen und sozusagen damit gerechnet hat, dass er dann eben auch mal für ein Jahr dieses... Mal nach Thailand fahren kann? Ja, jetzt fahren auch nicht alle nach Thailand. Das muss auch nicht sein. Das ist, wie gesagt, das... Und das sind, nochmal, die, die nach Thailand gefahren sind, das sind die, die weniger als 150.000 verdient haben. Also das ist... Da können sie weiter nach Thailand. Ja, weil meistens die Großverdiener gar nicht so leicht rauskommen aus ihren Jobs, ja, weil sie so... Und ja, da entweder sagst du dann, Elterngeld muss ganz weg, ja, das wäre dann konsequent, wenn du hier sozialen Halt führen willst. Nein, konsequenter ist das so... Ich finde, wie gesagt, es geht um eine Gleichstellungsanerkennung, dass die Frau dann auch eigenes Einkommen hat in der Zeit und nicht irgendwie Bittstellerin plötzlich sein muss, ja. Warum müssen dann so viele Männer... Warum machen Männer nur so wenig dann und warum machen Frauen dann die meiste Arbeit? Warum ist das dann so? Obtrotz, dass du den Leuten so viel Kohle in den Arsch schiebst, ehrlich, das ist doch... Dann muss es doch funktionieren. Es doch überhaupt... Funktioniert dann nicht. Du kannst doch sagen, sieben, sieben. Es gibt es einfach definitiv nicht. Frauen machen im Schnitt irgendwie, 13, irgendwas und Männer machen im Schnitt irgendwie... Und dann nicht mal 50% der Männer machen das. Nur 40% nehmen überhaupt Eltern, nehmen überhaupt da die Elternzeit. Leute, das hat ja mit Gleichstellung überhaupt nicht funktioniert. Und wenn ich in der gleichberechtigten Ehe bin und wir haben vorher 190.000 oder 180.000 Bruttoeinkommen gehabt und ich schaffe es nicht, dass der Mann mir im Monat, weiß ich nicht, einen gewissen Betrag darüber schiebt in der Zeit, wo ich zu Hause bin und das irgendwie geräuschlos geht und ich als Bittsteller sage, was habe ich denn dann für eine Beziehung? Dann such dir halt den richtigen Typen raus, wenn du das nicht mal hast. Wenn du dann hingehen musst und sagen musst, kannst du mir mal das machen? Das ist doch, das ist doch, es ist doch selbstverständlich in der gleichberechtigten Beziehung, dass du dann irgendwie unterstützt wirst. Und dann kann man doch auch machen, der Mann macht die Hälfte und die Frau macht die Hälfte, wenn es dann keine Kohle mehr gibt. Aber das will der Mann ja auch nicht machen. Das wäre auch eine Sache. Nee, das geht natürlich nicht, weil weiß ich nicht was. Nee. Also ehrlich, für mich hat das mit Gleichstellung überhaupt nichts zu tun und es ist für mich einfach eine schöne Subvention für Menschen, die einfach mal eine schöne Zeit miteinander verbringen können und dafür ist einfach die Zeit nicht gut. Also haben wir einfach nicht genug Geld für. Wenn wir in Schlaraffenland leben, würde das gut, aber das tun wir nicht. Wir müssen mehr Geld ausgeben für wirklich Sachen, die Leuten helfen. Für jeder muss ein Kita-Platz haben und der muss auch wissen, wenn ich mein Kind da hinbringe, Das Geld landet ja nicht in der Kita, was jetzt eingespart wird. Das ist ja eine allgemeine Ein- und die Kitas sind Sache von Ländern, von Kommunen. Das ist ja jetzt nicht so, da könnte man ja sagen, okay, wenn jetzt die 1.800 da landen, dann sind sie ja zweckgebunden vielleicht und ich habe sogar was davon. Ist ja nicht der Fall. Wir werden ja wieder im allgemeinen Haushalt. Es wird ja nicht richtig viel gespart. Und dann muss man doch sagen, dann kann man doch vielleicht auch woanders mal sparen als immer dann quasi an den Familien und wie gesagt, ich finde das als Signal. 150 Familienpolitische Programme sparen an Familien, willst du mich ja veräppeln? Das heißt ja nicht immer nur an Familien sparen. Also das ist doch wirklich nicht so. Vielleicht an den Reichen, weil Leuten, die viel Geld haben und die noch ein bisschen auch was vom Staat haben wollen. Das sind Leistungsträger, die Akademiker, die frisch im Beruf sind, die schnell in diese Gehaltsregion kommen und wie gesagt, das ist... Also ich würde vermuten, 180.000 zusammen, das ist schwierig hinzubekommen. Ja, 180.000 sind es auch nicht. Das sind 180.000 zusammen. Du musst ja dann immer die Freibeträge absteuern, zu versteuern des Einkommens immer noch mal ein bisschen weniger. Also insofern muss man schon sehr viel haben und wie gesagt, bei den Leuten, wenn die kein Kind haben wollen, dann sollen sie es halt bleiben lassen. Bleibt kinderlos, werdet glücklich damit, wenn ihr Geld, wenn ihr Staatskohle braucht, um ein Kind zu kriegen, ehrlich, dann fehlt mir das Verständnis für, dann habt ihr sowieso nicht das richtige Mindset, um irgendwie durch diese Welt zu laufen. So, Punkt. Der Kollege Zschäpitz. Ja, bei so viel Geld, bei dieser Staats... Wir wollen doch immer niedrigere Steuern haben. Mach irgendwas anderes, mach was clevereres. Ja, mach mal niedrige Steuern. Mach irgendwas clevereres, aber doch nicht irgendwie... Auch noch... Das Ding ist, acht Milliarden zahlen wir dieses Kindergeld und das Kindergeld geht nach oben und nach oben, nach oben. Was soll acht Milliarden? Hallo hier ist jetzt... Acht Milliarden ist dieses Elterngeld, kostet acht Milliarden insgesamt. Und das steigt und steigt und steigt und steigt. Wie viele 200 Millionen werden jetzt damit eingespart? Das ist zu wenig. Mit diesem Schritt, ja? So. Und andere sagen, man kann auch die Demokratieabgabe, die Frau Paus in ihrem Ministerium hat, könnte man sich auch sparen. Irgendwelche Demokratieförderprogramme, wo irgendwelche Plakate irgendwo aufgehängt werden. Also ich meine, das ist möglicherweise auch Geld, das nicht zielgerichtet wirksam... Würde ich vermuten, bei einer AfD über 20 Prozent, hätte ich da ein Problem mit, das Geld könnte man cleverer ausgeben. Würde ich dir auch so viel zustimmen. Ja, offenbar hat sich gewirkt, wenn die AfD so abgegangen ist. Ja, ich finde auch, diese Plakate sind vielleicht... Also möglicherweise wird überall viel Geld zum Fenster rausgeworfen und jetzt muss man hier sparen. Und wie gesagt, das ist für Frauen, wir haben ja auch eine Zuschrift, mehrere Zuschriften bekommen, auf deine Einordnung vom letzten Mal. Und da schrieb uns zum Beispiel Julia hier, es ist ein Rückschritt für die Gleichstellung, ihr propagiert finanzielle Unabhängigkeit für Frauen, also dass sich auch insbesondere Frauen um ihre Finanzen kümmern sollen. Nun als Beispiel, in meinem Fall habe ich das gemacht, viel Zeit und arbeite in einem Studium gesteckt, mehrere Jobs nebenbei zum Finanzieren dessen gehabt. Arbeite nun in einem Tech-Beruf, Programmierung, KI, schreit einmal laut Hallo und verdiene in etwa gleich so viel, gleich viel wie mein Mann. Durch diese Regelung falle ich allerdings in der Elternzeit, in der Elternzeit auf ein Einkommen von Null und das ganz plötzlich ohne Vorwarnung, da ich gerade schwanger bin. So, das finde ich zum Beispiel, also das ist wirklich echt überhaupt keine Garantie, dass man einfach, wie gesagt, du veränderst, wenn du, also die Bedingungen so schnell, das ist wirklich keine Bestandsgarantie, was eigentlich normalerweise schon üblich ist, dass man sagt, okay, du hast wenigstens dann bevorlaufen, dann können sich die Leute überlegen, ob sie schwanger werden wollen oder nicht, ja, aber da hast du ja anders kalkuliert so. Und sie schreibt, ja, das bringt mich in die Abhängigkeit meines Mannes, der mir dann einen Obolus geben soll, um meine Idee weiter zu bedienen und dass Care-Arbeit nur von den Frauen geleistet wird, Männer, die oftmals mehr verdienen als Frauen, gar keine Elternzeit mehr nehmen. Das schreibt er. Machen sie doch jetzt auch nicht. Da sollen sie sich doch die Statistik angucken. Und wenn sie es nicht schafft, dass ein Männer die Hälfte der ist, sie können doch genauso gut machen, wenn sie beide gleich viel verdienen, gibt es ja noch nicht mal das Argument, sie bleibt zu Hause und er arbeitet weiter, weil sie jetzt sich nicht mehr leisten können. Dann haben sie doch beide genauso viel Geld. Da würde ich sagen, Glückwunsch, dass du genauso viel wie Männer verdienst, dann hast du die ersten zwei Monate, wo du das Kind hast, kriegst du schon mal deine Lohnfortzahlung. Und danach kannst du irgendwie, machst du einfach noch drei Monate drauf und Männer macht auch noch mal drei Monate und das ist doch wunderbar. Warum soll das nicht funktionieren? Was sind da jetzt, wo ist denn da jetzt die, wo ist denn da jetzt die, das Problem? Und ich würde vermuten, dass sie so viel Geld noch vorher verdient hat, dass sie die Sparplanrate noch die drei Monate weitermachen hat oder es muss dann halt jeweils der andere mit seinem Verdienst die Sparplanrate noch mitmachen. Auch das würde ich sagen, sitzt du abends am Tisch, sagst einmal, weißt du, ich muss meine Sparplanrate machen, kannst du mir bitte die Kohle überweisen, wenn man getrennte Konten macht. Also so würde bei uns eine Sache funktionieren, wenn wir irgendwie meinen, da muss irgendwie ein kleiner Ausgleich funktionieren. Wäre überhaupt kein Problem. Also ich verstehe sie. Also wenn man gleichberechtigte Ehe führt, kann man das einfach normal diskutieren. So. So. Welche errundet. Genau. Jetzt haben wir hier noch den CDU-Generalsekretär gerade ausgewechselt. Herr Linnemann kommt. Für Herrn Czaja. Naja, der Czaja war ein bisschen nicht so angriffslustig. Der Linnemann ist angriffslustig. Der Linnemann ist angriffslustig. Ja, das ist natürlich... Jetzt kommt die Opposition. Da, da, da. Kommt, sie greift an. Ja, gut. Jetzt haben wir hier uns aber wieder richtig in Rage geredet. Zumindest der Zschäpitz. Zumindest der Zschäpitz, ja. Und die Frauen können ihm gerne schreiben unter wirtschaftspodcast.welt. Ihr könnt auch an zschäpitz.welt.de schreiben. Schreibt gerne an zschäpitz.welt.de und beschimpft mich alle. Das könnt ihr gerne tun. Nein, dann schreibt gerne an Wirtschaftspodcast. Könnt ihr auch machen. Wie ihr es wollt. Ich habe auch meine Freude daran. Ich habe versucht ein bisschen die Teil der Frauen. Wahrscheinlich habe ich jetzt wirklich, war ich ein schlechter Anwalt hier. Und ja, ich war ehrlich gesagt mit dieser Steuerbericht, Rechnung jetzt ein bisschen, ein bisschen. Ja, guck's dir an. Leider kannst du mehr verdienen. Klar, wenn du jetzt sagst, ich habe zuversteuern. Aber wie gesagt, es ist egal. Irgendwo ist halt immer die Grenze. Und natürlich, je höher, desto besser. Aber es werden trotzdem auch bei 170 sehr viele aus den genannten jüngeren Akademiker-Milieus einfach betroffen sein. Also wie gesagt, hier zwei Programmierer. Das ist einfach... Wenn sie beide genauso viel verdienen. Ja, aber stell dir vor, die haben jetzt irgendwie eine Wohnung vielleicht gekauft oder eine treue Wohnung. Die haben einfach Fixkosten. Die sind dann eben auch irgendwo auf einem Niveau. Und da geht es jetzt wirklich nicht darum, um den Thailand-Urlaub zu finanzieren, sondern es geht darum, dass man einfach seine Fixkosten stemmt. Und dann ist halt, die ist schwanger, Julia und andere. Ich glaube schon, dass sich viele übernehmen werden. Wenn du die Kohle, wenn du die Kohle, wenn du das verdienst. Ja, du verdienst zum ersten Mal in deinem Leben Kohle. Aber wie gesagt, wir haben es ja umrundet, wir haben es diskutiert. So. Und dann hast du Fixkosten, verdienst zum ersten Mal Geld und dann schiebst du erst mal auf die lange Bank. Oder die Frau geht gleich wieder in Teilzeit um Gehaltsgrenzen. Das wird das nächste Effekt sein. Oh ja, dann machen wir doch erst mal wieder vier Tage Woche für alle. Und damit ist sie ja auch nicht gedient, wenn die wirklich hochqualifizierte Arbeitskräfte dann wieder sich selber dem Arbeitsmarkt entziehen. Bloß damit sie Gehalt senken. Also das ist... Aber wenn sie das Gehalt zu sehr senken, kriegen sie auch die 1.800 nicht mehr. Du musst ja dann abwägen. Du musst ja aufpassen, du musst ja die 1.800 kriegst ja nicht jeder, sondern du kriegst ja abhängig von deinem Gehalt und maximal 1.800. Das ist ja das Nächste. Also ich meine, der Großverdiener kriegt ja auch nur maximal 1.800. So ist es. Der verzichtet ja eh schon. Es ist ja nicht so, dass der irgendwie sein... Aber der verdient doch, der kriegt doch viel mehr Geld als der... Warum kriegt nicht jeder 1.800? Das wäre ja auch eine Frage. Sondern es kriegt ja nur der Großverdiener... Ja, der hat ja auch mehr Ausgaben. Weil du in der Relation zu deinem Gehalt kriegst, ja. Ja, warum? Kinder kriegen kostet genauso viel für einen Reichen wie für einen Arm. Also du musst halt den Luxuskinderwagen haben und sonst was. Nein, es geht darum, dass die Leute mal aus ihrem Beruf aussteigen. Und weil sie höhere Fixkosten haben und es ist ja nur gedeckelt bei 1.800. Nur weil du mehr verdienst, hast du nicht höhere Fixkosten. Die Kinder sind genauso teuer. Ich habe es doch gerade erläutert. Warum soll der Mensch, der mehr verdient, hat doch genauso Kinderkosten wie der andere. Nur für den Arm ist es halt schwerer zu stollen. Und der Arme ist natürlich immer der J.Biz, ja. Gut. Aber vielleicht bist du jetzt doch drunter. Und kriegst du es vielleicht doch. Vielleicht habe ich dir jetzt hier... Nein, es geht wirklich nicht um mich. Ich kann mir das leisten. Keine Angst, ja. Du musst ja nicht immer um mich Sorgen machen. Aber ich finde wirklich, ich finde es einfach, wie gesagt, entweder du sagst dann gleich, mit deiner Argumentation musst du es komplett abschaffen. Weil das ist nur eine Neiddiskussion, die du hier vom Zaum bringst. Keine Neiddiskussion. Das ist eine Frage. Du musst Geld so verteilen, dass es irgendwie den Zielen, dass es der Zielerreichung ist. Und Ehegattensplitting ist dann das andere Thema, was der SPD-Chef aufgemacht hat. Das wäre vielleicht ein Zielgericht. 25 Milliarden machst du damit. 25 Milliarden kostet Ehegattensplitting. Da würde ich mich auch fragen, ob das doch zeitgemäß ist. Muss man sich auch fragen, ja. Das wäre eine Alternative. Und dann kannst du das andere auch locker finanzieren. Deswegen meine ich ja, wir haben so viele familienpolitische, unterschiedliche Gesetze. Das müsstest du alles mal ausmisten und das ist mal wirklich ein modernes Steuerrecht machen. Und dann könntest du auch diese ganze Intervention mal cleverer zusammenbauen. Moderne Steuerrecht, wunderbar, bin ich da bier. Aber nicht immer nur bei den einen kürzen und immer nur umverteilen. Das finde ich einfach nicht fair. Und nicht immer nur bei den Leistungsträgern kürzen. Will ich auch nicht. Ich will ja, dass Leute auch eine Leistungsanreiz haben, um arbeiten zu gehen. Und wenn du halt das Lohnabstandsgebot nicht mehr hast, weil die Leute zu viel für jedes Kind an Zusatz, dann ist es nicht mehr erreicht. Deswegen musst du es ja genauer angucken. Deswegen finde ich auch, zwölf Milliarden Kindergrundsicherung von Frau Paus, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, finde ich halt einfach völlig viel zu viel, weil du im Zweifelsfalle dann so viel Geld den Leuten gibst, dass sie überhaupt keinen Bock mehr haben, oder einen Anreiz haben zu arbeiten. Das muss anreizkompatibel sein alles. Aber warum machst du es dann der anderen Seite der Gesellschaft dann noch schwerer zu sagen, das sind die Leistungsträger und dem einen oder anderen, der eben zwar ein junges Pärchen das da irgendwo angefangen hat, und sagen, dem kannst du es nicht mal unterstützen, dass sie eben in den Anfängen, wo sie hohe Kosten haben, dann den Kinderwunsch realisieren. Die werden es wahrscheinlich trotzdem machen, aber fair finde ich es nicht. Es ist nicht immer nur, immer nur, man muss immer, sondern wie gesagt, es ist keine sozialpolitische Leistung, aber wir drehen uns jetzt. Wir drehen uns im Kreis. Wir haben es ja mehrfach alles erwähnt. Sehr gut. Aber wir haben jetzt wirklich mal wieder eine harte, eine laute Diskussion gehabt. Das ist doch wunderbar. Und ich habe mich bei allen unbeliebt gemacht, die jung sind, weil die Umfrage zeigt, dass die jungen Leute, insbesondere die Absenkung der Grenze für doof halten, und nur die, die über 45 sind, die finden das gut. Da gibt es auch eine Umfrage von Forsa, die heute rausgekommen ist, die nochmal zeigt, dass die Leute sich selbst halt am nächsten stehen. Aber es geht gar nicht, weil sie sich selbst am nächsten stehen. Ich würde genauso argumentieren, wenn ich jetzt in der Kinderkriegssituation wäre, und ich habe ja ein Kind ohne Elterngeld bekommen, eins mit, und die beiden Kinder haben es nicht anders gehabt. es ist ein nachträgliches gerne Spenden und so weiter, wenn du sagst, ich habe das unverdient hier bekommen vom Staat und möchte gerne eine Kita in meiner Nähe unterstützen, dass sie gerne, wenn wer ihr Möbel kauft oder sowas, dann Zielgerichte ist bestimmt auch willkommen. Wunderbar. Haben wir das auch erklärt. Sehr schön. Prima. Dann sagen wir Tschüss. Und Tschau. Bleiben Bulle. Und Bär. Effner. Und Schäpitz.